Bitte schlaf mit irgendjemandem, damit hier mal wieder was passiert. Neben dieser krassen Verliebtheit war bei mir auf jeden Fall auch eine krasse Angst. Was darf ich Grenzen eigentlich haben? Mental Breakdown des Todes, das war total krass für mich. Ist, dass die Gefühle sich grundartig, schlagartig ändern. Texting ist immer ganz schön so als Marketing-Slogan. Ich bin Ben und das hier ist kein Jammerlappen-Podcast. Hier kommen die Leute hin, die ihre echte Meinung sagen. Leute mit Ecken und Kanten, die nicht hinterm Berg halten und für das einstehen, was sie sagen und was sie glauben, was richtig ist. Viel Spaß. Wieso willst du keine Grenzen haben? Also irgendwo ist dieser Glaube, dass eigentlich alles grenzenlos ist. Und ich habe die Erfahrung auch ein paar Mal gemacht, theoretisch. Aber das ist halt auf sehr energetischer Ebene und nicht so sehr physisch oder menschlich. Und da ecke ich im Moment immer wieder so ein bisschen an oder merke, dass es auf jeden Fall Grenzen gibt. Und den Gedanken hatte ich erst vor zwei Wochen oder so, dass ich auch Grenzen, so ich habe mich gefragt, tatsächlich darf ich Grenzen eigentlich haben? Ja, fangen wir mal ganz vorne an. Ihr beide lebt in einer offenen Beziehung. Seit wann und wie ist das passiert? Das geht jetzt seit ungefähr, ich würde fast zwei Jahre sagen. Vielleicht sind es anderthalb, wo wir in der Dreh zwischen anderthalb und zwei Jahren. Haben wir dieses Beziehungs... Wann habt ihr Jahrestag? Das kann ich nicht sagen. Zeit ist sehr relativ, vor allem in diesen Geschichten. Wir haben uns im Oktober vor einem Jahr irgendwann kennengelernt. Beim Kickboxen. Beim Kickboxen, beim Personal Training danach, haben wir lange viel Zeit verbracht, aber zusammen haben nichts gehabt. Von daher, ich kann mich nicht mehr an den Moment erinnern, wo es dann Übergang ist in das andere. Aber wir kennen uns jetzt seit knapp zwei Jahren. Aber gab es denn einen Moment, wo ihr gesagt habt, so jetzt sind wir irgendwie zusammen? Oder gab es den nicht? Ich würde sagen, es gab einen Moment, wo sich unser Kontakt drastisch verändert hat, dadurch, dass eine andere Ebene dazugekommen ist. Ich würde wiederum nicht sagen, dass sich das, was davor gewesen ist, an diesem Moment wesentlich verändert hat. Also es hat nicht jetzt Facebook-Status geändert. Wir sind jetzt nicht mehr Freunde, sondern in einer nicht monogamen Beziehung, sondern diese Komponente der Freundschaft, der Verbindung ist dazugekommen. An dem besagten Datum, was mir nicht mehr einfällt. Was ist da passiert? Da hatten wir zum ersten Mal was. Du musst mehr in der Liebe von Freund sprechen. Das muss überhaupt nicht. Spaß. Da hatten wir zum ersten Mal was. Und da ist dann über die freundschaftliche oder über die mentale Verbindung, die wir bei uns hatten, hinaus noch eine körperliche dazugekommen. Und seitdem geht das weiter den Weg in die Tiefe der Verbindung. Ich kann das aber, wie gesagt, nicht in Zeit bemessen. Ich würde das fast schon eher in, wie verbunden sind wir, wie weit sind wir schon in unserer gemeinsamen Geschichte definieren und nicht, wie lange läuft das schon. Das ist, finde ich, eine Rechnung, die vor allem, wenn man das irgendwie mal vergleichen möchte, sehr schwierig ist, weil Zeit ist da, finde ich, sehr, sehr relativ. Das heißt, romantisch würde man sagen, euer erster Kuss hat die Ebene verändert. Das ist ja fast schon Shakespeare-romantisch. Safe. Ich meine, ist das nicht das, was Küsse machen? Man kann ja auch Küsse austauschen mit Menschen, mit denen man keinen so eine, nicht so eine intensive Verbindung hat. Das ist richtig. Also für mich war das ein sehr schöner Kuss und ein sehr verändernder Kuss. Ihr wisst aber nicht mehr, wann das war. Ich weiß nicht, wann das war. Ich weiß, wann das war. Dann sag doch. Das war irgendwann im Februar letztes Jahr. Das war ja kurz, nachdem ich mit meinem Ex-Freund Schluss gemacht habe, durch diesen ganzen Trennungsprozess hindurch. Da haben wir uns quasi kennengelernt. Und dann war das vorbei. Und dann meinte ich so, okay, jetzt brauche ich mal ein bisschen Zeit und Ruhe. Und du meintest so, nee, ich warte jetzt schon seit vier Monaten, jetzt kommen wir aus den Buschen. Ja, und das war so ein fliegender Wechsel. War auch krass damals, von dieser einen Beziehung quasi so ohne Pause in die nächste zu switchen, die so ganz anders war. Warum hast du das gemacht? Weil, ja, verschiedene Gründe. Also ich war mega verliebt dann oder habe mich sehr stark verliebt, aber ich war auch super neugierig. Und ich hatte auch das Gefühl, ich habe gar keine Wahl. Also das war so ein krasses, so ein krasser Pull in mir, dass ich da gar nicht, ich hätte mich nicht rausziehen können und ich wollte es auch nicht. Also bin ich dann mit Kopfsprung da rein. Wie war das für dich, Jonas? Ähnlich. Also ich habe das auch so erlebt, dass in ihrem Trennungsprozess, wo ich sie kennengelernt habe, wo das noch keine Option gewesen wäre, weil dann hätte man quasi diesen ganzen Pull und dieses Ganze, was da sich über diese vier Monate aufgebaut hat, mit sehr viel oder mit dem Rest von dem vermischt, was man ja eigentlich loswerden wollte. Deswegen war ich da die ganze Zeit, okay, time will come und das wird passieren. Und das wird seinen Lauf nehmen. Und als es dann seinen Lauf genommen hatte, ist es auch dementsprechend passiert. Also ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass man sich da jetzt noch großartig und sonst so, alles gut, ja, bist du jetzt langsam. Ja, so Smalltalk-Ebene war auf jeden Fall dann schon drauf. Und dementsprechend, klar, in dem wenigsten Beziehungsrat geht man, würde man jetzt den Hinweis finden, so auf jeden Fall direkt nach der einen Beziehung die nächste, aber in diesem speziellen Fall war das so organisch natürlich, dass ich da jetzt irgendwie gar keine Alternative gesehen hätte. Und dann habt ihr euch geküsst. Ben! Ja, da war ja auch noch, also ich weiß ja immer, wir haben immer noch nicht beschlossen, wie wir das mit Namen machen, aber da war ja auch noch eine andere Person involviert. Du hattest ja zu dem Zeitpunkt eigentlich noch eine andere Beziehung oder whatever. Freundin oder wie würdest du das wirklich nennen? Nee, 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 Freundin. Also ich glaube, ursprünglich war mal dein Gedanke, mich so hinzuzunehmen sozusagen und dann direkt mit zwei Freundinnen zu starten. Das würde zu mir passen auf jeden Fall, weil das mein Gedanke, weiß ich nicht mehr genau, wie es damals war. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich noch mit einer anderen Person eine Beziehung hatte, das ist wichtig für den fortlaufenden Podcast im klassischen Sinne des Wortes, also nicht eine geschlossene monogame Beziehung, wo klar abgesteckt ist, das ist das, sondern einfach wir haben uns aufeinander bezogen. Und das habe ich mit ihr auch auf eine intensive Weise gemacht, auf eine Art und Weise gemacht, die körperlich ist involviert. Also das war eine tiefere Beziehung als die normale Alltagsbeziehung, die man so hat. Und da hatte ich auf jeden Fall auch, wie gesagt, eine, als wir uns kennengelernt haben und die ganze Zeit schon davon. Und als dann der Schritt kam, dass die Richtung für mich der Verdiener auch offen stand, hat das für mich jetzt nicht im ersten Ansatz bedeutet, okay, jetzt muss die andere Beziehung gehen. Das sehe ich generell nie so. Ich wüsste nicht, wie weit sich neue Beziehungen, bestehende Beziehungen ausschließen und verdrängen. Das ist vielleicht ein sehr persönlicher Ansatz, aber ich habe da eigentlich nie so wirklich die, ich sehe da nie die Notwendigkeit dafür. War aber so, dass die andere Person dann gesagt hat, okay, wenn sie jetzt kommt, bin ich raus. War das dann vorher abgesteckt offen oder völlig unabgesteckt oder so eine Affären-Situation? Nee, es war eher abgesteckt offen. Tendlich eher das. Also wir hatten das Thema auf jeden Fall öfter angesprochen und dann hieß es, wenn man dazu eine Aussage trifft, dann war das eher in Richtung offen und eher in Richtung, man trifft sich und man teilt einen gemeinsamen Teil und der Rest des Teils ist offen. Und dann kam Felina? Felina war die ganze Zeit schon da, also die kannten sich auch. Aber dann kam Felina als potenzielle Partnerin und nicht nur als Freundin slash Klientin. Yes, yes. Also als platonische Freundin slash Klientin. Wie kam dann der Break zu der alten? Recht instant. Also das war wirklich so, soweit das irgendwie klar war, dass Felina auch auf diese Ebene mitkommen wollte und dass das von mir auch so gewollt war, weil sie, okay, ich kann das nicht und ich so, okay, kann ich verstehen. Und das war es. Okay. Also war recht simpel. Und dann gab es auf einmal nur euch zwei? Ja. Was heißt ja? Ja, ja im Sinne, sorry, ja im Sinne von, in dem Moment gab es dann nur uns zwei, also ne, das heißt so, die eine Bekanntschaft, die ich hatte, war dann weg und Felina und ich waren übrig und war sonst keiner da, aber wir hatten nie die Ansage, also von Tag 1 gab es nie die Ansage, okay, es wird hier nur uns beide geben. So dementsprechend, wie die Welt da nun mal ist, so gab es sehr viele potenzielle Menschen, die da irgendwie doch mit eine Rolle spielen könnten, aber halt nicht in dieser Sekunde, welche die wirklich dabei waren, aber ich würde nicht sagen, dass es jemals zumindest gedanklich nur uns zwei gab. Es gab aber diesen Moment, der, ich glaube, du hast es gerade so formuliert, alles verändert hat oder die Beziehung, wie ihr zueinander seid, verändert hat, wo ihr euch, und das darf ich ja nicht sagen, geküsst habt, weil da gibt es hier, genau, Teenager-Giggeln, wo ihr was hattet, würde man ja quasi diplomatisch umschreiben. Und dann habt ihr gemerkt, da gibt es irgendwie eine Nähe und eine Anziehung. Und da würde man jetzt so traditionell sagen, okay, dann lass mal sagen, dass wir zusammen sind und wir haben mit keinem anderen mehr was. Das ist aber bei euch nicht passiert. Nee, aber auch mit Ansage nicht. Also das war schon davor, als wir noch auf dieser freundschaftlichen Ebene waren, waren wir mal nach dem Training irgendwann in der Sauna und haben uns über das Thema Beziehungen, Beziehungskonstrukte unterhalten. Und damals meinte Jonas schon, okay, ich habe das irgendwie in meiner vorherigen Beziehung eigentlich schon erlebt oder für mich gefunden und beschlossen, dass ich keine klassische geschlossene Beziehung möchte. Und ich fand das Thema sehr interessant. Also ich habe mich davon nicht komplett überrascht oder überrumpelt gefühlt. Ich hatte irgendwann mal mit 17 meine erste offene Beziehung, die ich damals selber initiiert habe. Aber das waren ganz andere Umstände. Und das war auch ein Partner. Das war eigentlich eher eine Beschäftigungstherapie. Sorry. Aber da hatte ich sehr leichte Spiele und konnte das… Out, out. Da hatte ich total easy Rahmenbedingungen. Da konnte ich das einfach durchsetzen und habe mir gedacht, ey, ganz ehrlich, I am young. Du bist mein erster Freund. Du bist auch nicht mein letzter sein. Und mit allen Beziehungen, die danach kamen, war dann schon immer so der Gedanke, okay, das ist jetzt der Zweite, das ist jetzt der Dritte. Vielleicht ist das der Mann fürs Leben. Und so wie ich aufgewachsen bin und was ich vorgelebt bekommen habe oder was man ja auch sieht oder denkt, wie Beziehungen vielleicht sein müssen, so habe ich dann auch angefangen zu denken und habe mich von diesen offenen Gedanken, den ich vielleicht ganz am Anfang mal hatte, sehr gelöst und bin in eine sehr andere Richtung gegangen. Und als ich dann auf Jonas getroffen bin und das Thema wieder ein Thema wurde auf einmal, war das jetzt für mich nichts komplett Neues, aber ich hatte es halt auch nie so wirklich gelebt und dass ich es mal probiert hatte, war zehn Jahre her. Und dann kam noch dazu diese krasse Verliebtheit am Anfang, die ich so ultra cheesy, aber die ich so auch noch nicht gekannt hatte und diese zwei krassen Themen gleichzeitig, das war eine starke Herausforderung. Also, weil das Thema war zwar vielleicht überwiegend nur theoretisch da am Anfang, aber Jonas hat schon hart gepusht, so dieses Thema sollte auf gar keinen Fall unter den Tisch fallen und ich war eher so, ja, ich habe zwar gesagt, finde ich interessant, aber wollen wir nicht doch einfach alle anderen Menschen vor der Tür stehen lassen und die Tür auf jeden Fall mit drei Sicherheitsschlössern vielleicht noch verriegeln, ja. Das heißt, du wolltest am Anfang der Beziehung drei Sicherheitsschlösser haben? Warum? Also, A, weil dieser Switch so krass war, von dieser sehr symbiotischen, monogamen Beziehung, die ich davor hatte, in dieses offene Konstrukt, auch mit diesem ganz anderen Mann, der so anders an das Leben herangeht, auch anders als ich bis daher. Und ich wollte das irgendwie erst mal in Ruhe kennenlernen und mich erst mal ein bisschen umgucken, erst mal schauen, okay, was ist denn da auf theoretischer Ebene, bevor wir in die Praxis gehen, ja, aber war nicht so Jonas Ansatz, also beziehungsweise da war schon dann, du hast da relativ schnell was reingesetzt mit einer anderen Frau, das mich dann sehr mitgenommen hat. Was ist da passiert? Was ist da passiert? Na, was ist da passiert? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern genau, tatsächlich, aber ich weiß es nicht. Das war halt so in den ersten zwei Monaten oder drei Monaten oder so, die wir uns quasi nach dem Kuss, ja, und da hast du quasi gesagt, hey, ganz ehrlich, wir haben das gesagt, das machen wir jetzt auch und dann kam auch eine alte Flamme irgendwie mal über Nacht und am nächsten Tag hast du mir dann davon erzählt und da sind für mich dann auch irgendwie so... Ja, ich erinnere mich natürlich auch an die Zeit, wo ich eben, die Situation selber ist mir gar nicht so klar vor Augen, aber ich weiß noch sehr gut den emotional state davon, wo ich irgendwo schon gespürt habe, dass, wie das halt so oft ist, Sachen, die gewollt sind, Sachen, die auch mehr oder weniger vereinbart sind, einfach der Bequemlichkeit zum Opfer fallen, das war einfach so die Gefahr. Und Bequemlichkeit ist auch gar nicht mal so im negativen Sinne, sondern in dem schönen Sinn, das war natürlich auch sehr schön am Anfang und ich hätte auch safe jetzt vier Monate lang, fünf Monate lang mich einfach nur hinter diesen drei Schlössern wohlführen können, aber ich wüsste ganz genau und ich wusste schon damals und auch aus Erfahrung von anderen Bereichen kennt ja jeder, dass der Moment, wo man dann die Tür hätte wieder aufmachen können, ein sehr, sehr gefährlicher Moment gewesen wäre und ein sehr, sehr schwieriger Moment gewesen wäre und das wollte ich auf keinen Fall und wie gesagt, das wollte ich auch auf keinen Fall, weil ich so viel Potenzial von Anfang an gesehen habe, da habe ich gedacht, ey, man kann es nicht, alles, was man da irgendwann mal reinlassen muss, erstmal da stehen lassen und dann macht man die Tür auf und vum, da kommt die gesamte Armee von Emotionen und allen Sachen, die man in der Zwischenzeit hätte peu à peu abarbeiten können und peu à peu hätte integrieren können, die kommt dann auf einmal reingestürmt und macht alles kaputt und deswegen war ich relativ schnell oder relativ klar da, worin das durchzusetzen, vielleicht auch ein bisschen unbeholfen, weil ich natürlich auch gegen so eine gewisse Wiederwilligkeit gehen musste, deswegen kann gut sein, dass das jetzt nicht der schönste oder der mehr einfühlsamste Prozess war, den ich da gewählt habe, ich kann mich überhaupt nicht darüber erinnern. Lass uns da nochmal kurz reingehen, das heißt, ihr wart so seit zwei Monaten ungefähr in so einer Verliebtheitsphase und dann hat dich eine alte Freundin irgendwie angeschrieben und hat gesagt, Jonas, ich komme über Nacht. Oder wie war das? Das ist mal ganz kurz mit dem Namen Scheiß drauf. Wer war das? Elena. Ja und nein, also so würde ich das wirklich nicht bezeichnen, das ist definitiv deutlich tiefer als jetzt so eine x-beliebige Flamme, die dann irgendwie vor der Tür steht, also von daher nein, so war das nicht. Also es ging nicht nur um Sex, sondern es ging um tatsächlich auch Verbindung und Nähe zu einem anderen Menschen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe aber generell, das ist selten andersrum, also ich habe selten nur Sex, ich weiß noch gar nicht genau, was das sein soll. Das heißt, du warst verliebt in Felina und es kam jemand, für den du tatsächlich Gefühle hattest, auch Gefühle hattest, aber nicht in einer Beziehung. Ja. Und hast die dann zu dir nach Hause eingeladen? Ja. Und du wusstest ja, wie war das für dich? Gab es an dem Abend dann nur die ursprüngliche oder gab es nur Felina oder gab es mental irgendwie beide? Was ist in dir vorgegangen? Also ich beziehe das jetzt mal so ein bisschen auf das, wie es jetzt ist, weil ich kann mich gar nicht mehr so gut erinnern. Wie gesagt, ich habe das für mich, also ich fühle das nicht. Ich weiß, was Leute, und ich höre das so oft von anderen Leuten, deswegen weiß ich, dass da viele Menschen ein Problem mit haben. Also jetzt kommt der Mensch, was ist mit dem anderen Menschen? Aber das habe ich überhaupt nicht. Also die Verbindung, die wir haben, die Verbindung, die bei uns mittlerweile sehr, sehr stark ist, aber auch wenn es nur eine leichtere Verbindung wäre, steht in keiner Konkurrenz zu irgendwelchen anderen Verbindungen, die ich eingehe. Egal mit wem. Sei es mit dir, sei es mit anderen Frauen, sei es freundschaftlich, sei es sexuell. Das ist absolut, alles steht da bei mir in meiner Wahrnehmung für sich. Das heißt, wenn ich jetzt irgendjemand anders treffe, dann wird die wahrscheinlich, weil sie eben mal vor mir ist, mal eine größte Aufmerksamkeit haben. Aber ich würde mir niemals vorstellen können, dass dadurch irgendwas, was bei uns bereits besteht, weggeht, weniger wird, sich verändert, was auch immer. Von daher, das war safe auch in dieser Situation genauso. Also ich, das heißt, du sagst, du kannst dich nicht erinnern, aber vermutlich ist sie bei dir gewesen und du warst in dem Moment dann nur bei der und dann ist sie irgendwann gegangen und dann kam Felina rein und hast gesagt, ach schön, Felina ist da, ich mag Felina sehr gerne. Schön, dich wiederzusehen. Ich musste was sagen, ich habe gerade mit einer anderen geschlafen. Ja, könnte man so sagen, ja. Also ist natürlich sehr runtergebrochen, aber ja. War da nicht in dir dieses Gefühl, ah, Felina ist da, jetzt muss ich dir was sagen und das wird scheiße. Weil rational musst du ja gewusst haben, das macht was. Klar, ja. Aber das hat nichts mit mir zu tun. Also das ist kein Gefühl, was ich von mir aus jetzt dann kundtue, sondern es ist eher etwas, was ich antizipiere oder antizipiert habe. Wie meinst du das? Ich weiß, dass das für sie, weil ich auch weiß, wie sie an solche Dinge herangeht und wie das in ihrer Innenwelt aussieht. Wie gesagt, das ist eine starke Konstitution einfach, mit der man da irgendwie umgehen muss. Und ich weiß, dass das für sie eben anders ist. Sie ist anders groß geworden. Ich bin auch nicht so groß geworden. Ich habe das auch nie anerzogen bekommen, dass man einen Partner hat, dass man irgendwie so und so zu leben hat. Das war vielleicht mal um mich herum, aber ich habe mich dem eh nie wirklich gewidmet. Dementsprechend habe ich immer schon so in der Herdengestweiter die Dinge gehabt. Hast du das gewusst, also kognitiv, dass sie da irgendwie darauf reagiert oder gefühlt, mit, ah, jetzt gibt es Stress oder vielleicht habe ich was gemacht, was nicht gut war. Ich habe das eher gewusst. Also ich weiß das. Wenn du mich das fragen würdest, so gefällt dir das oder gefällt dir das nicht, würde ich eher sagen, eher nein, weil X. Aber du hast nicht da gelegen und irgendwie gefühlt, also du warst dankbar aufgrund des guten Sex mit dieser anderen und hast dich dann gefreut, dass Felina kam. Und es gab keinen Moment des Gefühls, wo du sagst, scheiße. Das war nicht richtig? Ja, oder irgendwas ist in mir, es ist nicht nur positiv, weil ich hatte gerade Sex mit einer tollen Frau, jetzt kommt die nächste, mit der werde ich wieder Sex haben, ich liebe die alle, life is great, happy, happy. Aber irgendwie, wenn ich drüber nachdenke, ist die wahrscheinlich ein bisschen sauer, muss sie ein bisschen beruhigen, ist sie wieder zwei Tage irgendwie durch. Ja, also jetzt wird es ein bisschen macho-mäßig, das würde ich natürlich nicht sagen, wenn ich mir sowas jemals denken würde, weil wir haben eine stark Verbindung und die Emotionen, die sich bei ihr dann auftun, sind Teil meiner Erlebniswelt, sind Teil von mir, was immer was mit ihr passiert, passiert auch mit mir und ich weiß, was da kommen wird, ich weiß, wie das ist, ich weiß aber auch eben, dass das von ihr zu uns kommt. Also das heißt, ich komme nicht schon mit dem Gefühl per se in die Situation rein, ich komme nicht rein und sage, boah, ich habe echt Scheiße gebaut, das würde ich nicht behaupten. Ich komme aber trotzdem natürlich dieses Gefühl kennen und wissen, was passieren wird und sage so, okay, ja, es ist passiert und damit müssen wir beide uns jetzt irgendwie arrangieren. Aber es gibt nicht dieses Kloß im Hals oder Flauermagengefühl, sondern es ist Konkretion. Auf jeden Fall, ich kenne das. Ich habe auch immer das Gefühl, auch wenn dieser Beziehungsrahmen vereinbart ist oder wie auch immer, wenn dieses, auch wenn das alle wissen, wir haben eine offene Beziehung und jeder trifft auch andere, so ich habe bis heute ein schlechtes Gewissen. Ich kriege das nicht verpackt in mir. Wie war das dann damals, als, ihr habt ja drüber gesprochen in der Sauna und wart halt verliebt und alles war rosarot, die Welt ist geil und dann bist du zu Jonas gekommen, irgendwann am Tag und hat er gesagt, du, da war jetzt gestern eine andere, was war dann los? Ja, tschüss, also Mental Breakdown des Todes, das war total krass für mich. Also das war aber generell auch, neben dieser krassen Verliebtheit, war bei mir auf jeden Fall auch eine krasse Angst auf vieles irgendwie bezogen. Das war für mich alles so neu und auch Jonas war für mich so neu. Weil ich habe gemerkt, das, was ich bislang mir angeeignet habe an Skills, an Beziehungswissen oder wie auch immer, das hat hier überhaupt keinen, hilft mir gar nicht im Grunde. Das ist so anders, ich weiß gar nicht, wie ich mit diesen ganzen Situationen, mit diesem Input umgehen soll. Und das war total, also das war eine totale Überforderung für mich in dem Moment, weil du dann auch so ein, zwei Details noch genannt hast. Ja, ich habe mit der auch so ein bisschen das und das gemacht. Okay, fuck you. Ja, und so war das am Anfang sehr, sehr häufig, aber das... Ich bin auf dem... Ja, also ich bin damit sehr viel Pain irgendwie in Berührung gekommen. Aber auch mir war bewusst, wie du ja gerade schon auch gesagt hast, dass das alles überwiegend meine Themen sind. Natürlich irgendwie ausgelöst durch... Wieso sagst du, dass das überwiegend deine Themen sind? Naja, ich merke ja, dass die in mir etwas auslösen und ich kann auch ergründen, meistens weniger alleine, aber im Gespräch, wir reden natürlich super viel und meistens hilft mir das zu schauen, okay, woher kenne ich dieses Gefühl, diese Gedanken, hatte ich das schon mal? Was ist auch vielleicht meine Befürchtung oder meine Angst, die sich hier gerade bemerkbar macht? Und das habe ich kurz den Faden verloren. Was habe ich gerade gesagt? Dass du häufig überlegst, woher du ein Gefühl kennst. Ja, und davor? Gute Frage. Ich weiß jetzt auch nicht mehr. Ja, es ging mir darum, warum du davon ausgehst, dass es bei dir liegt. Ach so. Ja, weil ich merke, das ist in mir und das... Selbst wenn Jonas vielleicht der externe Auslöser dafür ist oder sein Verhalten, dann, ich würde jetzt niemals sagen, okay, dann war dein Verhalten grundlegend falsch, weil wir haben uns ja auf diese Grundbedingungen geeinigt und alles, was darin hochkommt, bei mir, was ich bei mir fühle, betrachte ich auch als mein Thema. Klar macht mich das nicht frei, davon öfter mal zu denken, du hast mir das angetan, du löst in mir Schmerz aus oder du bist schuld, aber in der Regel ist das nicht, würde ich nicht sagen, dass das der Wahrheit entspricht. Es gab also die verliebte Felina, die gesagt hat, Jonas ist der coolste Mann der Welt und dann gab es die andere Felina, die gesagt hat, das krasseste Abenteuer wird jetzt eine offene Beziehung. Das war in der Sauna sozusagen. Und dann, ich verstehe, dass da eine Angstkomponente mitschwingt und dann ist es das erste Mal passiert. Und du hast gerade gesagt, Mental Breakdown. Und jetzt würde man ja üblicherweise sagen, ich hatte gerade einen fucking Mental Breakdown, das war eine Scheißidee. Lass uns, wie doof war ich. Lass uns weiter machen. Ich habe gedacht, das ist geil, aber ich kräusle mich hier auf dem Boden und heule. Ich möchte mich nicht auf dem Boden kräuseln und heulen. Lass uns das mal vergessen. Und was anderes machen. Ja, und dann irgendwie das anpassen, dass mir das nicht nochmal passiert. Aber du sagst, oh, dass ich jetzt am Boden liege und heule, ist offensichtlich mein Thema, weil ich bin diejenige, die am Boden liegt und heult. Wie kann ich das Gleiche erleben, aber nicht so reagieren? Also so ein bisschen die Frage, warum habe ich trotzdem oder haben wir trotzdem weitergemacht? Genau, es gab ja zwei Optionen. Oder alle möglichen Optionen dazwischen. Fuck you. Oder ich erwarte das. Oder lass uns mal, das musst du vorher ankündigen. Ja, das wollte ich natürlich nicht. Also ich wollte ja nicht dieses, diese Beziehung oder dieses Potenzial auch dann einfach wegwerfen, weil ich jetzt vielleicht gerade in der Situation ganz am Anfang noch keinen Weg hatte, damit umzugehen. Das wäre ja auch. Also eine Frage, die sich, glaube ich, die meisten Leute oft stellt, ist so, machst du das nur, um irgendwie bei mir sein zu können? Tust du das nur dafür? Oder willst du wirklich das so hingehend verändern für dich? Möchtest du wirklich diese Themen da in Anführungsstrichen, möchtest du die wirklich loswerden? Möchtest du die wirklich bearbeiten? Oder tust du nur irgendwie, was du schaffst, um bei mir zu bleiben? Und ich finde das eben den ganz großen Punkt, den man da haben kann, weil auch wenn das jetzt mein persönlicher Anspruch ist und auch das, wofür ich mich in anderen Bereichen meines Lebens sehr, sehr angestrengt habe, an diesen Punkt zu kommen, wo das für mich normal ist, solche Sachen, verstehe ich natürlich, dass so ein Mental Breakdown jetzt nicht das ist, was jeder Mensch suchen sollte. Auch wenn ich davon ausgehe, dass die Mentalität, die da Breakdown, was ist ein Mental Breakdown? Das sind Ego-Konzepte, die mit der Realität konfrontiert werden. Nicht zwangsläufig. Wenn du, keine Ahnung, in Guantanamo sitzt und jemand versucht oder foltert dich, dann versuchen die, diesen Mental Breakdown hervorzuholen. Und dann ist das, weil man gefoltert wird. Und jetzt wäre die logische Schlussfolgerung daraus, Foltern ist gut und man muss halt, jeder Mensch muss klarkommen, mit Folter zu leben. Nee, also das ist natürlich dasselbe Prinzip, klar. Aber die foltern halt einen Teil, den du nicht loswerden willst. Die Frage ist, möchte ich nicht. Das ist genau die Frage, welchen Teil will man loswerden? Vielleicht springe ich nochmal mit einer anderen Frage rein. Felina, du hast gerade gesagt, am Anfang fandest du dieses offene Beziehungsmodell faszinierend. Und was genau hat dich daran fasziniert? Also auch so ein bisschen, um die Frage von gerade eben vielleicht noch aus meinem Blickwinkel zu beantworten. Natürlich ist ein Teil dessen, warum ich das mache, der, dass ich gerne mit Jonas zusammen sein möchte. Das ist auf jeden Fall eine Komponente und das wäre auch Quatsch zu sagen, nee, mache ich rein aus, also mache ich ja im Grunde schon aus Eigeninteresse, weil mein Interesse ist, diese Verbindung zu erleben und zu spüren. Aber ich habe auch oft darüber nachgedacht oder auch gerade am Anfang, als wir viel auch theoretisch darüber gesprochen haben, mir gedacht, okay, wie krass wäre das, wenn ich irgendwann an einem Punkt bin, wo ich das alles so frei leben kann und das aus mir selber herauskommt und ich diese eigene innere Stärke generiert habe oder aufgebaut habe, dass ich von diesem Punkt aus dann mein Leben führen kann oder sprechen kann. Was genau wolltest du oder willst du lernen? Ich glaube viel dieses für mich selbst okay sein. Also ich bin mit mir okay und alle anderen sind auch okay. Alleine das ist schon, finde ich, ein Riesenpunkt. Also das habe ich vorher kaum irgendwie wahrnehmen können. So irgendwie ist immer krasser Konkurrenzkampf gewesen und auch immer dieses, wer ist besser oder schlechter als ich, dieses krasse Einordnen, immer Competition und wenig Zusammenhalt, zusammen sein und auch wenig ich selber sein und die anderen so sein lassen können, wie sie sind. Also es ist eher so ein bisschen so Peace. Das heißt, der Weg über die offene Beziehung hat dich fasziniert, weil du sagst, ich möchte als Mensch reifen und wachsen. Was du nicht gesagt hast, ist, weil ich gerne mit vielen Leuten Sex haben würde. Das ist ein positiver Nebeneffekt, würde ich sagen. Also macht auch Spaß oder ist auch Teil davon. Das offenbart sich mir aber jetzt erst so in den letzten Wochen viel, wo das auch viel Thema war, wie sehr das mit rein spielen kann und was das auch für einen Effekt hat. Aber das war jetzt nicht mein primärer Gedanke. Also auch ein Gedanke war auf jeden Fall immer dieses, ich weiß nicht, ob ich für immer und für den Rest meines Lebens, Willkommenen der Welt meiner Absolutismen mit diesem einen Mann zusammen sein kann. Also ich hatte immer das Gefühl auch, das ist not gonna happen, dass ich jetzt irgendeine Person heirate. Also das war immer so, wie ich dachte, dass ich das machen muss, dieses Leben-Ding. Also ich suche mir irgendeinen Mann, heirate den und mit dem bleibe ich zusammen bis zum Tod. Und kriege noch Kinder, ziehe in irgendein langweiliges Haus und vegetiere da vor mich hin. Also das war so. Das sind die einzigen Optionen, die es gibt? Natürlich nicht, aber das ist meine, ich glaube, meine größte Angst, dass ich vielleicht unterbewusst diesen Weg eingeschlagen hätte und meine Entscheidungen danach ausgerichtet hätte. Und das komplette Gegenteil davon zu tun, bewahrt mich auf jeden Fall davor, in dieses Schicksal abzurutschen. Was ist das Schreckliche an einem bürgerlich spießigen Leben? Ich würde mich zu Tode langweilen, glaube ich. Also ich hätte auch das Gefühl, ich hätte so viele Chancen vertan. Was für Chancen? Dinge zu lernen, Erfahrungen zu machen, Sachen zu erleben. Was für Sachen? Sex mit vielen Menschen. Ja, genau. Das ist ja die Frage, weil wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, sozusagen die persönliche Stärke zu entwickeln, das auszuhalten, dass der Partner Sex mit anderen hat. Das ist ein hohes Gut, aber würde man, das ist ja sozusagen der, da könnte man als positiven Nebeneffekt titulieren. Aber was ich eigentlich dachte, ist, dass der Wunsch nach Sex mit vielen Leuten so groß ist, dass man sagt, okay, das will ich so dringend und dafür bin ich bereit, dieses Laster sozusagen auf mich zu nehmen. Aber es ist ja andersrum, zu sagen, eigentlich will ich ein freier, weiser, unabhängiger Mensch sein und deswegen lasse ich mich quälen, oder begebe mich in eine Situation, die für mich unangenehm ist und das ist wesentlich unangenehmer, als der Sex mit anderen schön ist. Ja. Right? Safe. Es ist nur eben, der Ansatz basiert natürlich darauf, dass der Sex oder die Interaktion, dieses ganze Sex-Ding ist immer ganz schön so als Marketing-Slogan, aber im Endeffekt ist der Sex ein zeitlich gesehener, verhältnismäßig geringe Komponente, alleine schon zeitlich, wenn nicht sogar in der Wahrnehmung, weil so die wirkliche Verbindung, die du mit jedem Menschen eingehen kannst, so das ist viel, viel, viel mehr im Endeffekt, was man da gewinnt. Das ist der, ne, der wirkliche Spaß. Und ob das jetzt, ob du jetzt mit der Person im Endeffekt auch Sex hast oder nicht, wie viel macht das schon wirklich aus, für das, was du von der Welt gelernt hast, für das, was du erfahren hast, für dich nicht so viel, wenn du mich fragst, egal. Aber der Teil ist für sich ja recht konstant, das heißt, das ist immer eine gute Sache. Also wenn du es schaffst, mit Leuten schöne Interaktionen, schöne Beziehungen einzugehen, schöne Verbindungen zu schaffen, ist das immer gut. Und an den guten Sachen muss man nicht arbeiten. Das heißt, das ist verhältnismäßig uninteressant zu der potenziellen Möglichkeit, dass du es schaffst, nicht mehr zu leiden bei Dingen, die eigentlich kein Leid erzeugen sollten. Wie zum Beispiel, irgendwer macht in seiner Freizeit was, was mit mir nichts zu tun hat. Wenn wir den Sexgedanken aus der offenen Beziehung rausnehmen und sagen, wir führen jetzt eine Beziehung, aber haben sozusagen emotionale Verbindungen mit anderen Menschen, dann könnte man das ja fast als eine monogame Beziehung beschreiben. Man sagt, wir haben halt eine monogame Beziehung und haben halt intensive Verbindungen zu anderen Leuten, einen tiefen spirituellen Austausch. Wir küssen die aber nicht und schlafen nicht mit denen. Das funktioniert nicht. Also du kannst, wie gesagt, mit dem Ansatz, den wir da fahren, du kannst nicht Dinge rausnehmen. So läuft das Leben nicht. Also entweder du sagst, okay, Ideen ist wohl Ideen und die Verbindungen haben ihren eigenen Charakter und gehen einen freien Weg und sind das oder werden das, was sie werden sollen, wenn man die frei laufen lässt. Oder du sagst, ich hätte gerne das, das bitte nicht, das bitte auch nicht. Dann manövrierst du mit Dingen, die man nicht verändern sollte. Dann passiert das, was mit allen Menschen passiert, dass das eine sehr stark wird, das andere sehr schwach wird und man irgendwann auch noch mental so durch den Tag läuft, weil man eben versucht, die Lebendigkeit irgendwie zu zähmen. Und das klappt meiner Meinung nach nicht. Das heißt, ihr habt für euch festgestellt, wir möchten irgendwie zusammen sein. Es gibt aber keine Beschränkungen und keine Regeln. Regeln ist, ja, wie man Regeln definiert. Also natürlich gibt es Regeln im Sinne von, unsere zwischenmenschliche Kontakt steht für sich. Also das heißt, der hat natürlich Regeln, ich würde jetzt nicht einfach irgendwas machen, was partout gegen Felina schießt. Sei es jetzt irgendwas Einfühlsames oder sie unnötig zu beleidigen. Natürlich gibt es Regeln im Sinne von, wenn ich das irgendwie einfach unangebracht irgendwas vollkommen Sinnloses sagen würde, dann wäre das so, warum machst du das? Ist ja klar. Das heißt, natürlich gibt es Regeln des zwischenmenschlichen Kontakts. Aber die sind ja quasi, dann haben wir beide die gleichen Regeln wie du und Felina, weil du würdest mich ja auch jetzt idealerweise nicht umhauen. Angewicht der Tatsache, dass... Einfach ohne Grund. Aber guck mal, zum Beispiel, wir haben eigene Regeln. Genauso wie wir beide Regeln haben untereinander, habe ich mit Felina Regeln untereinander. Unsere Regeln beziehen aufgrund unserer verschiedenen Konstitutionen, nicht mit allen, dass wir uns nicht in die Fresse hauen, unsere schon. Und diese Regeln ergeben sich eben nicht dadurch, dass man sich irgendwann hinsetzt und sagt, okay, das ist unsere Beziehung, wir machen da genau das, 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 das bitte nicht. Sondern die erleben sich aus der Erfahrung, aus dem, was wir miteinander erlebt haben. Daraus entsteht wieder eine Verbindung. Und diese Verbindung, die bedarf keiner Worte. Also da muss ich nicht sagen, okay, das ist die Regel Nummer eins, das ist die Regel Nummer zwei. Sondern ich weiß, was für uns beide passt oder was nicht. Du meinst jetzt Regeln in Bezug auf andere Menschen, was man mit denen... Auf allmögliche. Was macht eure Beziehung aus sozusagen? Also was ist die Beziehung, auf was könnt ihr euch verlassen? Auf sehr viel. Du, Jonas, du hast gerade gesagt, ich weiß, was unsere Beziehung ist. Das ist jetzt die Frage, das ist für dich sehr klar. Ist das für Felina auch so klar, dass du weißt, was eure Beziehung ist? Ja, aber ich würde nicht sagen, dass ich das in klare Worte gießen kann. Das ist irgendwie einfach so ein... Ich weiß das auch, aber ich... Und genau das ist der Teil, von dem ich spreche. Das andere, das in Worte zu machen, zu definieren, zu beschreiben, was eh da ist. Schön und gut. Aber brauchen tut das eigentlich keinen Arsch. Regeln brauchst du nur, wenn du das nicht wirklich fühlst. Dann brauchst du Regeln, wenn du nicht weißt, wo du beim anderen dran bist, dann musst du sagen, ey... Das machen wir nicht. Weil das dir nicht klar ist, ob der das macht oder nicht macht. Weil du die Person nicht wirklich kennst. Weil du da denkst, okay, ich weiß nicht, was das für ein Typ ist. Vielleicht macht der irgendwas Dummes. Und da wir das, wir halt auch aufgrund von vielen Erfahrungen und natürlich immer eingeschlossen, dass da Sachen nochmal neu sind. Aber das, was wir bisher erfahren haben, steht für sich. Und das wird niemals nicht stehen. Und deswegen wissen wir das. Weil das Wissen ist, dass auch Erfahrung passiert. Ich stelle mir das jetzt gerade so vor. Jeder von euch sagt, ich weiß ganz genau, wie unsere Beziehung ist. Oder Felina sagt, ich weiß es, aber ich kann es nicht sagen. Sag es aber keinem. Und wir sind uns total sicher, dass wir das Gleiche meinen. Und das heißt ja, dass es im tagtäglichen Leben keine Konflikte geben kann, weil ihr ja ständig einer Meinung seid. Und das würde ich nicht behaupten. Also ich würde auch nicht behaupten, dass es das bedeutet. Also ich glaube, die Frage war doch jetzt eher, oder wie ich das verstanden habe, oder wie ich das oft erlebt habe. Wenn schwierige Situationen kamen, natürlich kommen Konflikte und schwierige Situationen ständig. Also auch on a daily basis sozusagen. Ich weiß auch nicht so genau, warum wir uns das eigentlich aufhalsen. Aber das waren wahrscheinlich die Gründe, die wir davor genannt haben. Aber was ich oft erlebt habe, ist, dass selbst wenn alles wegbricht, was wir irgendwie da drauf konstruiert haben oder aufgebaut haben mit Worten, mit irgendwelchen kurzfristigen oder langfristigen Agreements oder Ideen oder Vorstellungen. Da ist irgendwie eine sehr starke Base trotzdem. Also dieses Fundament ist noch nie weggebrochen. Aber das ist, glaube ich, so ein ganz tiefes, gegenseitiges Commitment, das vielleicht auch erst diese ganzen anderen Erfahrungen ermöglicht, wodurch das kommt. Ja, wahrscheinlich haben wir das währenddessen aufgebaut. Also ich glaube, das bedingt sich gegenseitig. Das heißt, ihr habt eine tiefe, intensive Verbindung und könnt, ihr fühlt was, könnt aber gleichzeitig nicht in Worte fassen, was genau die Verbindung ist und was ihr von einem anderen erwarten könnt. So in einer normalen monogamen Beziehung. Normal. Aber dann wäre quasi so der Blanko-Vertrag. Übrigens, wir haben nur Sex mit uns, mit keinen anderen. So ein bisschen flirten ist okay, aber nicht zu krass. Und dann ist halt die Frage, wie krass ist flirten? Darf ich eine Nummer mitnehmen? Darf ich keine Nummer mitnehmen? So, das ist so der Blanko-Vertrag. Und der wird dann sagen, okay, wir sind ja jetzt zusammen. Und im Zuge dieser anbahnenden Beziehung wird der halt verhandelt und merkt, ey, ich habe zwar gesagt, ein bisschen flirten ist okay, aber so wie du das gestern gemacht hast, das geht gar nicht. Und dann versucht man zu, was war denn das Problem? Ey, du hast, keine Ahnung, mit deinem Arbeitskollegen irgendwie dem was, ein Herzchen in eine E-Mail geschrieben. Ich will nicht, dass du sowas machst, weil das verletzt mich. Und dann weiß der andere so, ey, okay, flirten in Arbeits-E-Mails ist irgendwie zu krass, weil, keine Ahnung. Und dann, je weiter man die Beziehung führt, desto mehr weiß man, ich weiß, der macht keine Herzchen in fucking Arbeits-E-Mails, wir haben da zweimal drüber gesprochen, darauf kann ich mich verlassen. Aber euch ist ja so, dadurch, dass ihr Regeln ablehnt oder so das klare Ausdrücken von, wie stehen wir zueinander, kann sich ja niemand auf den anderen verlassen. Weil, wenn du dich heute so fühlst oder du dich heute so, dann gibt es vielleicht was Neues, was gestern noch gar kein Problem war. Und das macht es halt sehr schwierig. Nochmal, die Fluktuation dieser Gefühle, also diese Gefühle, die da auf einmal, wo du dir das gerade schon von der Warte aus so ein bisschen befürchtest, ist, dass die Gefühle sich grundartig, schlagartig ändern. Das ist eben das Problem, was man bekommt, wenn man versucht, das alltägliche Leben festzuhalten. Das heißt, du hast klare Regeln, die du dich halten kannst, da musst du dich aber so sehr mit beschäftigen, du musst so sehr gucken in dieser E-Mail, dass du jetzt bloß dieses Herz da nicht reinschreibst, du musst so sehr gucken, dass du jetzt diese Regel behältst und nicht mit dieser Person flirtest, dass du deine tatsächlichen Gefühle unterdrücken musst. Du musst dich von deinen eigenen Gefühlen abschweiten. Das ist die notwendige Konsequenz, wenn du irgendeinen Vertrag hast, der über die Jahre sehr fein aussortiert wurde, an den du dich die ganze Zeit erinnern musst, an den du dich die ganze Zeit beziehen musst. Das heißt, du musst dich das alles hier im Kopf haben und du kannst nicht fragen, ey, hab ich denn, ich brauch grad ein Herz, mach mal nicht, spielt keine Rolle, du darfst es nicht. Das heißt, du brauchst die Abspaltung von diesem Gefühl, du brauchst irgendeine Distanz zu deinen eigenen Gefühlen. Und dann geht das los, dass die natürlich logischerweise sich denken, dann fuck you, ich mach ja trotzdem weiter mein Ding und werden immer unkontrolliert, werden immer größer und werden immer stärkere Ausschläge in alle möglichen Richtungen haben. So, und dann kannst du nicht mehr wissen, ob die eine Person sich heute so fühlt und morgen so, weil diese Absprache, die du da gebrochen hast, die Lebendigkeit so ein bisschen zu zähmen, die verursacht natürlich, dass die Lebendigkeit rebelliert und die Gefühle immer, immer stärker werden und immer, immer stärker von links nach rechts schlagen. Und genau das ist das, was bei uns eben seitens passiert. So, es ist nie so, klar, manche Sachen in dem Alltagsleben, die sind dann wie gar sehr unkontrolliert. Das heißt, da sind Sachen so, shit, was ist passiert? Krass, erzähl mal. Aber es ist nie so, wie du fühlst dich heute so. So, das passiert nie. Weil eben unsere gefühlte Verbindung, das, was ich weiß, was ich von ihr fühle, wie ich mich ihr gegenüber fühle, was ich denke, wie sie sich mir gegenüber fühlt, da tut sich relativ wenig. Und das ist diese Verbindung, die ich meine. Das ist eine gefühlte Verbindung. Das ist keine klar definierte Vereinbarung, sondern diese Verbindung ist auf einer gefühlsmäßigen Ebene und die ist einigermaßen stark. Aber wenn man eine gefühlsmäßige Verbindung hat und der andere sagt und erzählt, als du, nimm jetzt mal das Beispiel von einem Herzchen in der Arbeits-E-Mail, als du da dieses Herzchen geschrieben hast, dann ging es mir schlecht, weil ich hatte Angst, sich zu verlieren, weil dein Arbeitskollege ist so und so und da ist die Historie, du siehst ihn jeden Tag. Das macht was mit mir. In dem Moment, wo der eine Partner den anderen Partner fühlt und so den Schmerz fühlt und den für sich versteht, glaube ich, ist viel mehr als eine Regel, ich darf keine Herzchen in Arbeits-E-Mails schicken, sondern dann wird es zu einer gefühlten Ebene, wenn ich eine E-Mail an meinen Arbeitskollegen, meine Arbeitskollegin schicke und dieses Herzchen mache, dann fühle ich potenziell in meiner Verbindung zu dieser anderen Person den Schmerz der anderen Person und es ist nicht so, ach, es ist Regel 23-4, keine Herzchen, sondern es ist, ah, ich bin hier in einem Kontext, wo ich meinen Partner, meinen Partnerin potenziell verletze. Was ist nicht dein Gefühl? Es ist ihr Gefühl. Ja. Also du übernimmst dann quasi die Verantwortung dafür, für wie die andere Person sich fühlt aufgrund deines Verhaltens. Ja, ja. Ja, und das ist der Antwort vom Wahnsinn. Wenn ich wütend bin... Aber ganz kurz, bevor wir jetzt wieder das nächste Szenario auf sind, verstehst du, was ich meine? Jein. Okay, was verstehst du daran nicht? Wenn du wütend bist. Das ist mal wütend zur Seite. Du sagst, grob gesprochen, Empathie, also das Fühlen der Emotionen des Anderen, ist der Anfang vom Ende. Also, ja. Also ich bin auf jeden Fall kein großer Fan der Empathie in dem Sinne. Also, das überrascht uns jetzt alle. Das Thema hatten wir ganz am Anfang. Das zu fühlen, okay. Das ist, glaube ich, auch eine gewisse Veranlagung, die man so hat, die man so entwickelt hat. Warum hat man das? Was ist Empathie? Woher kommt das? Ist das, weil du so ein Gutmensch bist? Nein. Das ist, weil du Angst hast, dass Leute gegenüber schlechte Gefühle aufbauen und gerne mal antizipierst, ob das irgendwie schon mal kommt oder nicht. Meine Meinung. Glaube ich nicht. Gut. Ist auch im Endeffekt unrelevant. Die Frage ist, was... Das ist super relevant. Bitte ich nicht. Also nicht auf das, nicht dafür, worauf ich hinaus will. Worauf ich hinaus will. Auf die Frage, was machst du mit den Gefühlen der anderen Leute? Nimmst du die in dich auf? Gehst du quasi rum und sagst, ey, ich merke, du hast ein Gefühl, kann ich irgendwas tun, dass dir das Gefühl weggeht? So, machst du das? Dann, wie gesagt, steht mal eine Aussage. Dann wird es sehr, sehr komplex. Und das ist, wie gesagt, der Anfang vom Ende. Und vor allem ist das der Anfang vom Ende von einer eigenen Entwicklung. Das heißt, du entwickelst dich nicht mehr selber, sondern du entwickelst maximal noch das zwischen euch. Aber du selber darfst dich nicht mehr eigenständig entwickeln. Du darfst nicht mehr deinen Gefühlen folgen, sondern du musst zumindest gleichmäßig den Gefühlen anderer Menschen folgen. Und das geht ja nicht nur auf deine Beziehung. Das ist ja eine grundsätzliche Einstellung, die du hast. Dann wirst du die ganze Zeit nur noch so, geht es dir gut? Geht es dir gut? Geht es dir gut? Kann ich irgendwas tun, das euch gut geht? Wieso schließt sich das Fühlen der Gefühle deiner Partnerin aus mit dem Fühlen deiner eigenen Gefühle? Fühlen nicht. Ich meine, darauf einzugehen, darauf Rücksicht zu nehmen, also aufgrund von diesen Gefühlen dann wiederum weitere Schritte einzuleiten. Ich meine nicht das Fühlen, Empathie, deswegen meine ich, das ist nicht das grundsätzliche Thema, ob man jetzt Empathie hat oder nicht, warum man das hat. Alles schön und gut. Ich würde mich nicht selber als empathisch bezeichnen. Warum das so ist, ist fast schon sekundär. Nur die Tatsache, dass man dann mit dieser, oder was man mit dieser Empathie macht, das finde ich entscheidend. Ob du diese Empathie benutzt, um eben wieder zu versuchen, dieser anderen Person, ihre schlechten Gefühle nicht aufkommen zu lassen, oder ob du sagst, ey, du hast da ein schlechtes Gefühl, mach was damit. Warum soll ich was mit dem Gefühl von dir machen? Ich stelle mir jetzt so ein Date-Setting vor mit jemandem Dritten. Moment, was? Entspann ich. All right, vielleicht noch mal die Kameras auf. Ich glaube, es läuft hinaus so auf diese Empathiefrage. Was ist eigentlich Empathie? Und zu wissen, was jemand anders fühlt, und zu fühlen, was jemand anders fühlt, sind ja zwei unterschiedliche bei Schuhen. Und wenn jemand Schmerz fühlt und ich bin empathisch, dann fühle ich potenziell, diesen Schmerz. Dann weiß ich nicht nur, dass dem das weh tut, sondern dann fühle ich den. Also ich würde sagen, diese Art von Empathie habe ich auch nicht. Also, dass ich wirklich diese Emotionen fühle, die jemand anders fühlt. Ich würde auch nicht sagen, dass das, worüber wir gerade gesprochen haben, mit dieser Arbeits-E-Mail und dem Herzchen, dass das wirklich Empathie ist. Also vielleicht schreibst du es ja auch nur nicht, damit du zu Hause keinen Stress bekommst. Und das ist ja genau das Thema. Also ich glaube, es gibt einen Unterschied, wenn ich denke, ich finde das aber richtig, das Herzchen zu schreiben. Okay, aber die Alte meckert, also schreibe ich das nicht. Oder ob du es nicht tust, um die Person nicht zu verletzen. Ich spüre, dass es irgendwie, dass es nicht richtig war und ich möchte nicht so handeln. die Frage ist eher, inwieweit muss ich mich selber dann einschränken oder mich von dem entfernen, was ich eigentlich tun würde oder was eigentlich meine Intuition sagt, was mein Impuls ist, um etwas anderes nicht in Mitleidenschaft zu ziehen. Also das ist, ich weiß nicht, ob ich das so klar einkategorisieren würde in gut oder schlecht. Ich würde eher sagen, das ist auch im Rahmen einer monogamen Beziehung, einer normalen Beziehung oder wie auch immer, da gibt es auch sehr viel Potenzial, was glaube ich viele Menschen nicht ausschöpfen. Und da könnte man auch schon eine ganze Menge Land gewinnen sozusagen. Aber das muss nicht damit einhergehen, dass du die Verantwortung für alle Gefühle deines Partners mit übernimmst. Aber alleine zum Beispiel schon darüber, sich auszutauschen oder zu kommunizieren, wäre schon was anderes als einfach eine Regel aufzustellen. Um kurz zu übernehmen, die Frage zum Beispiel in der E-Mail-Beispiel wäre, das können wir sehr aufhängen, wäre natürlich, warum ist das so ein Problem? Und was hast du in der Zeit gedacht, als du die E-Mail geschrieben hast? Darüber sich auszugleichen und nicht, wie gesagt, die meisten machen an, aber an dem Punkt, wo durch die E-Mail, durch das Herzchen, negative Emotionen kommen, Schluss. Eine negative Emotionen, sorry, ob ich das spüre oder nicht, ist glaube ich eine Veranlagung der Konstitution, das hat jetzt nichts damit zu vermitteln, ob man sich Mühe gibt, eine Part zu sein oder nicht, das ist eine Fähigkeit, wenn man so will. Aber was machst du dann damit? So, gehst du dann dahin und sagst, ey, sorry, dass es dir jetzt schlecht geht, wegen irgendeiner Sache, die von mir überhaupt nicht böse gemeint war und was eigentlich auch gar kein Problem ist, aber ich respektiere, dass es dir deswegen schlecht geht und möchte dir auch nicht helfen, diesen Teil abzubauen oder möchte auch nicht, dass du das wegmachst, sondern behalte ruhig deine unberechtigte Angst vor diesem Herzen in der E-Mail. Ich respektiere das und ändere mein Leben aufgrund dessen. Oder du gehst hin und sagst, ey, wo ist das Problem? Also das ist eine ernste Frage, wo ist das Problem? Was ist das Problem? Und darüber kannst du jetzt, ob offene Beziehungen oder monogame Beziehungen, hin oder her, aber darüber kannst du halt wirklich deinen Partner kennenlernen und auch wachsen. Klar. Ohne jetzt empathisch zu sein. Das hat mit Empathie nichts zu tun. Empathie ist im Prinzip auch eine relativ, ist eine ziemlich übergriffige Geschichte. Weil du, im Endeffekt weißt du es nicht, also egal was du glaubst, wie unendlich empathisch man wirklich ist, du hast keine Ahnung, ob das wirklich das Gefühl ist. Im Endeffekt ist das deine Interpretation von irgendwas, was du spürst, nicht die Gefühle der anderen Person. Das sind deine Gefühle. Das heißt, du bist nicht wirklich empathisch in dem Sinne, wie man Empathie definiert. Die Gefühle von anderen Leuten zu spüren, ist physikalisch unmöglich, weil du bist nicht diese Person. Gefühle sind eine körperliche Geschichte und das kannst du nicht in deinem Körper spüren. Ist tatsächlich, ist nicht so, also es ist möglich, gibt es so Spiegelneuronen. Spiegelneuronen. Das ist nur eine zelebrale Interpretation dessen. Das ist kein körperliches Gespür. Du kannst das nicht spüren, du hast nicht denselben Körper. Du kannst nicht denselben Herzstück haben, du kannst denselben Blutdruck haben, du kannst denselben Hormone haben, das geht nicht. Du kannst nur spiegeln in deinem Gehirn, du kannst das nur interpretieren, aber du kannst es nicht spüren. Und dann macht dein Körper... Ja, vielleicht kannst du es schon spüren, aber die Frage ist ja dann immer noch, ist das ursprünglich mal deins gewesen oder warum machst du das zu deinem? Was du im Endeffekt spürst, ist dein Gespür und nicht das Gespür einer anderen Person. Das debattiert auf jeden Fall in eine gewisse Grenze und die hört auf jeden Fall da auf, wo es wirklich interessant werden könnte, aber ich finde es wieder nicht so interessant, weil es immer im Endeffekt dein Gefühl sein wird, eine Interpretation, eine Umenterpretation von dem Gespür, aber es ist nicht deins, es ist nicht ihres oder das deines Partners. Was wolltest du sagen mit dem Dreier-Date? Es ging nicht um ein Dreier-Date, sondern ein Date mit einer dritten Person. Und meine These oder Vermutung wäre, dass, ich glaube, ich verstehe, dass wenn du auf ein Date mit irgendjemandem gehst, dann ist Felina nicht in deinem Kopf, sondern du bist in diesem Moment, in diesem Date und denkst nicht, wenn ich jetzt das mache, dann tue ich ihr damit weh, sondern du bist in dem Moment. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei Felina anders ist, dass du insbesondere in deinen ersten Dates so mental mindestens halb, wenn nicht sogar mehr, bei Jonas war es und bei was mache ich eigentlich und was macht das mit dem, was macht das mit mir, als zu sagen, hey, ich habe hier einen coolen Abend mit dir, wie einen hübschen Mann. Wie war das für dich? Oder wie ist das für dich? Ganz am Anfang war das 1 zu 1 so, also das erste Treffen, das ich damals hatte mit jemand anderem, war dann auch relativ am Anfang der Beziehung so ein bisschen auch als Antwort auf das Treffen, das Jonas hatte. Weil ich dachte so, okay, ganz ehrlich, ich habe mich jetzt dafür eingeschrieben, für dieses Projekt, dann mache ich jetzt einfach mal auch selber und gucke, was passiert und vielleicht check ich es dann mehr oder weiß ich nicht, kann ich mich dann mehr damit anfreunden, mit diesen ganzen Schwierigkeiten, die das mit sich bringt. Ich habe das dann gemacht und habe festgestellt, dass mir das super schwer gefallen ist, bei mir zu bleiben, in diesem Moment zu bleiben, auch bei der anderen Person zu bleiben, die ich getroffen habe. und ich habe das konstant abgeglichen in meinem Kopf die ganze Zeit und immer irgendwie ins Verhältnis gesetzt. Ja, und konnte auch dann gar nicht, oder als es dann intimer geworden ist, musste ich irgendwann sagen, ey, ganz ehrlich, no, stopp, weil die einzige Person, mit der ich das eigentlich gerade ausleben wollen würde, ist Jonas, in den ich mega frisch verliebt bin. So, was mache ich hier? Ja, warte. Und dieses Gefühl, hast du gesagt, ist ein schlechtes, muss abgebaut werden? Nee, das würde ich sagen, war in dem Moment erstmal eine Erkenntnis, der ich dann auch Respekt zollen musste oder für die ich überhaupt Raum einräumen musste, weil ich dachte, ey, ganz ehrlich, ich will auch so cool sein und out and about gehen und mir alles einverleiben von whatever, worauf ich gerade Lust habe. Aber ich habe... Das Protokoll, ich verleibe mir nichts. Ich habe festgestellt, das ist auf jeden Fall auch irgendwo ein Skill. Also das ist mir damals überhaupt nicht leicht gefallen. Mittlerweile, ich habe das dann auch sehr lange Zeit sein lassen oder es hat sich nicht mehr ergeben. Ich habe auch mich nicht getraut, Schritte in diese Richtung so wirklich zu unternehmen. Habe eher so ein bisschen mit... Bin so mitgeschwommen mit den Sachen, die Jonas gemacht hat und habe da immer wieder irgendwie einen Blick auf meine Themen erhascht und irgendwann kam dann so der Punkt, wo ich dachte, okay, gut, jetzt ist auch diese erste krasse Verliebtheit so ein bisschen abgeflacht. Dann hatten wir tatsächlich auch so eine Phase, in der es dann irgendwann mal ultra langweilig wurde. Oder was heißt langweilig, aber wo so... Dadurch, dass auf beiden Seiten dann nicht mehr viel passiert ist, auch bei Jonas nicht so wahnsinnig viel, hat sich auch unsere Verbindung zueinander oder unsere... Ich sage mal, wie die Beziehung sich im Alltag dargestellt hat, hat sich sehr verändert. Da war auf einmal viel weniger Nähe. Wir haben uns irgendwie gar nicht mehr so wirklich verstanden. Und im Winter war das, das ging so zwei Monate oder so, auch irgendwie gar keinen Sex mehr gehabt. Und das war so... Ich wüsste gar nicht, was los ist. Und da... Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt gerade richtig herleite, aber da... Das war auf jeden Fall auch eine sehr interessante Phase, wo diese erneute Öffnung nach außen hin dann und dieses, okay, gut, wir haben jetzt lange genug doch nochmal die Türen zugemacht. Aber ihr habt dann Türen zugemacht? Nicht... Nicht... Auch wieder nicht so als Regel, aber es war einfach, wie gesagt, so von ihrer Seite so, dass der... Der Spaßfaktor auf der einen Seite nicht so riesig war und dadurch, dass das bei ihr nicht so einen riesen Anklang gefunden hatte, war meine Sachen, die prinzipiell eigentlich mir Spaß gemacht haben, ein so großer Konflikt her, weil wir da spielen auch viele, viele andere Themen mit rein, außer jetzt nur eins und zwei. Das ist ja auch so, wie geht man damit um, wenn jemand anders Spaß hat, wäre man selber kein Spaß. Und Pipapo, da sind ja ganz viele Sachen, die da mit reinkommen. Das heißt im Endeffekt, das ist jetzt wieder die Kommunikation und die Verbindung, mit der ich eben gesprochen habe. Im Endeffekt ist es wieder so gesehen, ich habe gesehen, das, was ich tue, macht so viel Schaden in unserer Beziehung. Das würde quasi unsere Beziehung schmälern, wenn ich jetzt andere Beziehungen eingehen würde, dass ich gesagt habe, ey, dann lohnt sich nicht, macht keinen Sinn, weil die Beziehung, die wir haben, steht für sich und die muss stehen bleiben. Das heißt, da gehe ich jetzt nicht einfach weiter breche, sondern dann haben wir beide, sie, weil sie ja keinen Spaß an diesen Erfahrungen gehabt hatte bisher und ich, weil ich gesehen habe, dass meine Erfahrungen uns irgendwie gefährden, haben wir das so ein bisschen runtergeschraubt alles und sind nochmal in die theoretische Grundlage gegangen. Haben immer gesagt, okay, woran könnte das liegen? Wir sind natürlich trotzdem bei dem Thema geblieben, aber haben das nicht mehr so erfahrungsbasiert gemacht, sondern das einfach nochmal ein bisschen sacken lassen und ein bisschen besprochen alles. Das heißt, ihr habt nicht gesagt, wir machen jetzt mal zwei Monate die Türen zu, sondern es ist so quasi passiert. Das heißt, es konnte auch keiner von euch für zwei Monate mal durchatmen, wo ich weiß, ey, ich habe jetzt in Anführungsstrichen zwei Wochen, zwei Monate Urlaub, sondern es passiert halt heute ein Urlaubstag und da passiert nochmal ein Urlaubstag und auf einmal sind es zwei Monate versus es ist jetzt eine geplante Ruhephase. und dann, wie war diese in Anführungsstrichen Ruhephase für euch? Ja, wie gesagt, eher mau. Also, jetzt nicht eher mau im Sinne von, dass dadurch unsere Beziehung an sich natürlich auch ein bisschen einfach weniger Feuer hatte, also einfach ist es weniger passiert, so dementsprechend ist es halt auch weniger passiert, so das zum einen, aber zum anderen natürlich auch war das von hinsichtlich auf das, was wir beide wollten, worauf wir beide hinaus wollen, natürlich ein gewisser Dämpfer, den wir da erfahren haben. Das ist alles so ein bisschen, war noch Winter dazu, das heißt, das war alles so ein bisschen so, okay. Wie gesagt, so die sämtliche Energie, inklusive der Sexuellen Energie, sind auf jeden Fall stark runtergefahren worden. Also ich fand irgendwas davon schön, so dieses Vielzeit zu zweit und auch so chillen, so wir haben auf einmal so zusammen gechillt, aber das war dann so chillig, dass ich mir gedacht habe, ey, nee, also das ist irgendwie dann, das ist mir dann doch zu langweilig, oder beziehungsweise ich merke auch, dass irgendwas nicht passiert, was vielleicht eigentlich passieren sollte, oder das, was meinst du damit? Ja, das war keine, wie du schon gesagt hast, das war keine vereinbarte Zeit im Sinne von, wir machen jetzt mal eine Pause und atmen mal durch, das haben wir tatsächlich noch nie gemacht, wäre vielleicht auch mal interessant, aber weiß ich nicht, sondern das hat sich eher so eingeschlichen, wie so eine schlechte Angewohnheit und dann hat man halt nur noch rumgehangen und da, da ist dann auch viel, das war natürlich auch eine Ausformulierung von einem gemeinsamen Gefühl, wir hatten beide das Gefühl, okay, irgendwie läuft das Ding gerade nicht, irgendwie läuft gerade, der Blick nach außen bringt einfach keinen Mehrwert, das macht keinen Sinn, sozusagen, sich dahin zu orientieren und dann hat das eben, wie gesagt, weil das körperliche Gefühl und das beidseitige Gefühl dazu gepasst hat, hat sich das beidseitig irgendwie eingestellt, das war jetzt nie so, ey, lass mal bitte, wie gesagt, Pause machen, hast nicht gesehen, sondern das war einfach so, ja, hat keinen Sinn gemacht, das weiterzumachen und dann haben beide aufgehört, so, für eine Zeit lang. Und dann habt ihr quasi Kuschelfase gemacht, langweilige Kuschelfase könnte man sagen. Ja, wie gesagt, es war nicht so, dass es dann eine super romantische Zweisamkeitsphase war, das war eher so ein Dämpfer im allgemeinen Sinne, also alles, was wir sind, was wir waren, hat einfach stark nachgelassen. Also irgendwann ist es bei mir in den Gedanken gegeben, Gipfel, so, ey, ganz ehrlich, bitte date irgendjemanden, bitte schlaf mit irgendjemandem, damit hier mal wieder was passiert, weil das versickert alles so im Beziehungs-Sand gerade. Hätte es noch andere Optionen gegeben, um das wieder zu beleben? Zumindest nicht in dem, was wir, also wenn wir jetzt quasi wieder die Verbindungen, die wir aufgebaut haben bis dato, die dann schwächer geworden ist, so, in dieser Beziehung, die du jetzt zurückverfolgen würdest, da gab es nichts. Das heißt, du hättest sagen können, okay, dass du es ja aufgebaut hast, lass das mal beiseite und wir machen was Neues, so, ist eine Option, weil es keine, auf die irgendwer von uns beiden heiß war offensichtlich, aber das wäre eine Option gewesen, klar, man kann immer was Neues machen, so, wir könnten auch heute den Entschluss fassen, ey, muss man eine monogame Beziehung machen, einfach nur just for fun, zum Probieren, warum, weiß das kein Mensch, aber es könnte, ich würde das niemals ausschließen, ich würde auch nie sagen, dass es eine besser ist, als es was schlecht, andere, nur, wie gesagt, das hatte, mit dem, was wir bisher getan hatten und mit dem, worauf wir uns ausgerichtet hatten, gab es da keine andere Option, das war schon einigermaßen fortgeschritten und hat dann irgendwann einen Break gehabt. Mir kommt da so eine Redensart, da bauen wir eine Regel im Kopf, wenn man nur einen Hammer hat, dann sieht jedes Problem wie ein Nagel aus. Warum sage ich das? Weil in einer traditionellen monogamen Pärchen-Situation, wo man sagt, irgendwie ist die Luft raus, würde man sagen, mach doch mal, keine Ahnung, ein neues Hobby zusammen, einen Töpferkurs oder fahrt man Wochenende im fucking Wald oder sonst irgendwas. Immer Fallschirmspringen. Ja, irgendwie sowas, weil sozusagen traditionelle Lösungsmöglichkeiten und ihr sagt aber, okay, es war vorher, als wir offen waren, war es irgendwie spannend, jetzt sind wir nicht mehr so richtig offen, ich sage mal, passiv nicht offen, das ist einfach so passiert, also wenn wir das wieder öffnen, wird es wieder besser. Ja. Und ob das jetzt die richtige Antwort ist, weil wir nur einen Hammer hatten quasi. Genau, weil das war das, was das Tool ist, öffnen und nicht öffnen, es gibt Probleme, also dann wieder öffnen. Also ich glaube, ich verstehe, worauf du hinaus willst, ob es nicht auch eine Zange gegeben hätte und dann hätten wir ein anderes Problem und eine andere Lösung gefunden. ich glaube, dafür war das Thema noch zu wenig ausgeschöpft. Also da war noch ganz, ganz vieles gar nicht passiert, was danach noch, oder was noch erkundet werden wollte. Ich habe auch für mich nicht begriffen, warum bin ich auf einmal in diesem State, wo ich, ja, warum will ich nur diesen Menschen gerade? Warum hat das so nachgelassen, dass ich andere Menschen auch interessant finde? Warum kann ich dem nicht nachgehen? Warum kann ich da nichts bei empfinden? Warum bin ich da so drauf fokussiert und so eingeschossen auf diesen Menschen, dass der mir jetzt irgendwas geben soll? Also ich würde sagen, da war der Hammer dann doch irgendwie das passende Werkzeug. Also vielleicht, weil es unser präferiertes Werkzeug ist. Ja, es ist also, die Frage ist natürlich recht eindimensional gestellt. Also auf die Frage, was ist mit dem Hammer, kann man natürlich auch nur antworten, was mit dem Hammer ist. Ich würde mich gar nicht diesem Hammer-Beispiel jetzt so sehr widmen tatsächlich, weil im Endeffekt machst du eine Sache. Du lebst ein Leben und du lebst ein Leben, was aufgrund eurer beiden Grunddynamiken Sinn macht. Also wer bin ich? Wer ist sie? Das, was daraus entsteht, ist das, was man ist. Da kannst du jetzt versuchen, noch Zangen und Nägel und Säge zu holen, aber im Endeffekt, Idee ist wohl Idee. Alles andere ist der Versuch, etwas, was nun mal ist, zu verändern. Du kannst aber an dem hier nicht mit irgendwelchen Werkzeugen rumspielen. Das funktioniert nicht. Also ob du jetzt falsch rumspringen gehst oder hast nicht gesehen, das wird kurzzeitig einen Effekt haben, aber es war pufft. Ja, das andere auch. Im Endeffekt musst du tun, was für dich der Weg ist. Und da helfen dir keine Werkzeuge. Das musst du selber machen, ohne Werkzeuge. Da hilft dir nichts. Und das hatten wir auch, weil es eine Hürde gab, weil es schwer war, an dem Moment Aufgabe zu tun. Und als wir uns dann ausgeruht hatten, wir waren körperlich erschöpft, deswegen war körperlich einfach auch wenig da, es war wenig Push. Und der hat sich dann irgendwann wieder gesammelt mit der Push. Irgendwann war es so, das ging aber nicht mehr, die Energie hat sich wieder hochgefahren und dann ging es weiter. Aber es ist eine Reise, die man macht. Da gibt es keine Optionen. Ja, das ist gerade ein bisschen unangenehm, soll man nicht vielleicht lieber ein Haus bauen oder so? Was willst du machen? Also im Endeffekt musst du dein Leben leben. Und das haben wir getan. Und dann hast du gesagt, date mal wieder, Jonas, damit hier wieder frischer Wind reinkommt. Hast du nicht? Hast du Loki? Also es wirkt. Das war so wieder eine gemeinsame, das ist immer das, wenn du mich fragst, wozu, weil sowas eben einfach wirklich passiert. So einfach ohne, dass man jetzt sagen muss, okay, wir machen eine neue Seite auf und da stehen neue Sachen drauf, sondern es war beidseitig so, sie hat sich gedacht, es müsste mal irgendwer irgendwann mal daten. Und ich dachte mir, ey, ich müsste echt mal wieder irgendwen daten. Und dann ist das beides passiert und dann ist es dann passiert und dann war es so, ja, macht doch Sinn. Obwohl wir zwei Monate lang das nicht gemacht hatten. Im Moment, wo es passiert ist, wussten wir beide schon Bescheid. Da war nie eine Überraschung. Und obwohl das Thema wirklich rein rhetorisch gesehen ziemlich tot war, waren wir beide trotzdem gemeinsam irgendwie an diesen Punkt gekommen, wo das jetzt dann einfach wieder passiert ist. Und dann habt ihr angefangen, wieder zu daten und das war dann anders als davor? Oder gleich? Wie war das? Also ich glaube, kurz bevor das wieder losging oder als das dann wieder losging, war da schon nochmal so ein sehr großer, also bei mir zumindest, nochmal ein sehr großer Widerstand. So, ey, war doch jetzt eigentlich auch ganz schön, dass wir mal nichts gemacht haben. Ich konnte irgendwie mal, konnte irgendwie mehr mit dir machen oder auch sehr viel Zeit mit dir verbringen und jetzt sind wieder andere Player am Start. Da war dann schon nochmal so, äh, äh, äh. Ja, aber ich weiß gar nicht mehr so genau, wie oder mit wem das dann wieder losgegangen ist, aber auf jeden Fall hatte sich nach der Zeit dann einiges auch verändert und, ähm, ich glaube, ich habe dann auch selber wieder angefangen. Ich weiß nicht mehr so genau. Tatsächlich den Zeitraum habe ich nicht mehr so vor Augen. Es muss ja so Februar, ab Februar oder sowas gewesen sein. Was haben wir jetzt? Juni, 1. Juni. Hm. Also, ich weiß es nicht noch. Kannst du mir das Wasser kümmern? Also, ich finde ich, äh. Ich weiß noch, an dem einen Abend, wo wir bei Maria waren, danach habe ich auch wieder so super Kraft geheult im Auto und das ist actually das Einzige, woran ich mich noch hinbekomme. Dann kann auch der Fall jetzt. Ja, ähm, ja, es war, ähm, so, dass ich irgendwann auch wieder so eingefahren war, auch mit dem Studio und allen anderen Sachen, die ich ja derzeit gemacht habe, weil irgendwo muss hin, ne? Irgendwo, irgendwas machst du dann damit. So, wenn du jetzt nicht, äh, dein Leben lebst, dann baust du irgendwelche anderen Sachen oder machst du irgendwelche anderen Sachen, vertiefst in die Arbeit, äh, kriegst Depressionen, was auch immer, ne? Irgendwo muss die Energie ja hin. Ähm, so, und ich hatte das alles stark aufs Studio gesetzt und hatte irgendwann festgestellt, so, das ist mein einziges, mein einziges Ding. Ich komme hier nicht mehr raus. Und selbst wenn ich wollte, selbst wenn ich jetzt sagen würde, okay, it's time, es werden alles, diese Leute zum Beispiel Studio, das war natürlich keine, äh, keine, ähm, keine Option. So, das heißt, irgendwann, äh, Wieso war das keine Option? In meinem Studio zu daten? Ja. Also, abgesehen davon, dass das, wie gesagt, aus diesem Desperate Mode, der sich da mittlerweile etabliert hat, herausgeschehen wäre, ne, also jetzt, ja, da irgendwen, den ich kenne, der in meinem Studio eine Rolle spielt, mit all diesen aufgestauten, wie gesagt, die Tür war zu, das heißt, da stand eine Menge vor der Tür, mit diesen aufgestauten Emotionen zu konfrontieren und den dann dafür hinhalten zu lassen, dass der das, was wir in der Zwischenzeit nicht getan hatten, auf einmal oder zumindest einen großen Teil davon auf einmal, das fällt es mir wieder ein, kompensiert, ähm, das war keine Option, ne, also das heißt, ich hatte irgendwann die Problematik, dass auch überhaupt nichts an nächsten Schritten zur Option stand, so, und dann, äh, war irgendwann so ganz basic, basic Pitches, äh, ich hol mir Bumble, so, so, dann war das der erste Schritt, um wieder aus diesen eingeschlossenen Kreisen, so, ne, wie das halt nun mal so läuft, äh, aus diesen Kreisen rauszukommen, so, und da, über Bumble ging das wieder los, dass ich dann die ersten Verbindungen aus diesem, ähm, aus diesem Konstrukt, was ja auch irgendwie um dieses, um diese Pause herum kreiert wurde, ne, um aus dem Konstrukt da rauszukommen, war, äh, Bumble, schaut auch du Bumble an, wenn du in der Land. Ja, ich lache, weil mir gerade wieder eingefallen ist, das hatte ich offenbar ganz sorgfältig irgendwo verpackt, dass, ähm, ich zwar gesagt habe, so, hey, vielleicht solltest du mal wieder jemanden daten und dann hat Jonas gesagt, ey, ich hol mir jetzt, äh, Bumble oder whatever oder ich hab mir übrigens Bumble geholt und ich hab nächste Woche ein Date und du glaubst gar nicht, wie schnell ich auch Bumble hatte und wie ich doch, wie ich doch davor ein Date hatte. Ja, stimmt, du hast davor ein Date, ja. Ja, so nach dem Motto, ey, das kann, das kann ich auch und zwar noch schneller und, äh, dann war die Tür irgendwie wieder offen. Also dann, äh, dann hatte ich tatsächlich auch das erste Mal ein Date, wo ich gedacht habe, gut, da, äh, ist mir jetzt auch egal, das, das ziehe ich jetzt auch einfach mal durch und mach jetzt einfach mal irgendwie. Aber du warst ja wütend und im Wettbewerb. Ich war ein bisschen unnötig vielleicht im Wettbewerb, weil ich so dachte, okay, äh, wenn der jetzt wieder loslegt, dann, äh, ist der wieder schneller, als ich gucken kann, 30 Kilometer weiter vorne als ich, ähm, dann gehe ich jetzt lieber mal, äh, ich sag, erarbeite ich mir mal so einen Vorsprung und dann, äh, gucken wir mal, aber, ähm, ja, war dann auch schwierig. Also ich finde es generell, ich weiß nicht, Jonas kann halt so vielen Menschen irgendwas abgewinnen, das ist für mich nicht so easy. Also ich, äh, ich suche dann schon immer was sehr Besonderes, was sehr Speziales, das muss irgendwie auch total nicht catchen, dass, äh, was natürlich auch irgendwo vielleicht langfristig so ein bisschen risky sein könnte, also dass, äh, ne, ich dann irgendwie vielleicht mich in irgendwas verliere und, ähm, beziehungsweise verliebe. Schön, wie das Wort umschifft hat, ne? Ja. Verliere. Verliere. Ja, das ist tatsächlich, ähm, das ist tatsächlich eine, das ist gleichzeitig eine Hoffnung und eine Befürchtung meinerseits. Ich weiß gar nicht, ob das für Jonas das Thema sich ähnlich darstellt. Ich glaube, so wie wir es bis dann besprochen haben, weniger. Ähm, aber ich habe schon dann gemerkt, hm? Was würde denn passieren, wenn du verliebt wärst? Wenn ich mich verliere? Wenn du verloren bist. Ja, ich, ähm, ich neige dazu, mich sehr in, in Dinge hineinzustürzen und dann, wie gesagt, wie am Anfang dieser Kopfsprung, so ich weiß nicht genau, wenn ich jetzt nochmal irgendwo auf dem, vom Dreier würde ich nicht springen, aber auf dem Ein-Meter-Brett stehe und dann denkst du, okay, mache ich jetzt den Kopfsprung? Ja, nein, ähm, ich würde den dann wahrscheinlich machen und dann weiß ich nicht genau, wie formvoll endet ich da eintauche und wieder auftauche. Was meinst du mit diesem Kopfsprung? Das ist sehr metaphorisch, ja. Ja, sehr metaphorisch. Ich würde wahrscheinlich meiner Natur entsprechen, würde ich mich da hineinbegeben und mir das angucken wollen, meiner Neugier folgen, meinem Gefühl, ähm, meiner Junkie-Natur. Ähm, aber meine Sorge wäre, wäre, dass ich dann vielleicht diese Beziehung, von der ich weiß, dass ich sie habe, vielleicht kurz vergessen könnte. Also, oder diese, ja. Das heißt, du sorgst dich darum, dass du potenziell deine Beziehung vergessen könntest, das heißt, dich den neuen Beziehungen hingibst. Dass dir Ähnliches passiert, wie dir damals mit Jonas passiert ist, nämlich auf einmal ist ein Mann da und du willst nur noch mit dem sein. Und das war damals Jonas, das könnt ihr ja morgen Also dazu hat Jonas irgendwann mal gesagt, da brauche ich mir keine Sorgen drum machen, weil das, das würde so nicht kommen, aber, ähm, oder du würdest Hast du das so gesagt? Oder sowas nach dem Motto. Weder noch, äh, tatsächlich, aber, ähm, ich würde trotzdem sagen, dass man sich darum keine Sorgen machen sollte, aber das auf jeden Fall äh, eine ganz klare Möglichkeit in der Welt ist, in der wir leben und das ist eine Möglichkeit oder wenn du das jetzt so willst, in dem Kontext würde ich nicht so sagen, aber in dem Kontext wäre das ein Risiko, ähm, den man sich ganz klar aussetzt so und dementsprechend, äh, ist die Entscheidung, das zu tun, spätestens jetzt und danach, äh, muss man sich darum, oder sollte man sich darum keine Sorgen machen, weil mit Sorgen im Kopf macht man deutlich dummere Sachen als ohne Sorgen im Kopf. Äh, von daher, so finde ich Ist das so? Safe. Warum? Wie gesagt, weil das alles wegführt vom Leben. Alle Sorgen, alle Planungen, alles, äh, boah, ich muss echt aufpassen, dass ich in 30 Jahren noch Geld auf dem Konto habe und fange am besten jetzt schon mal an, äh, hier das Geld von meinem jetzigen Leben wegzunehmen und dann in 30 Jahren zu stecken, das geht in die falsche Richtung, wenn du mich fragst. Das heißt, du sagst, mehr im Moment sein? Ungern, weil das so intentionär gebraucht ist, aber, ähm, Leben zu leben, was jetzt gerade passiert. Okay, dann gehen wir mal zurück, Zeitsprung auf, Felina liegt quasi heulend am Boden, Mental Breakdown und in dem Moment ist der Moment scheiße. Warum ist es jetzt wichtiger, an sich so zu arbeiten, dass solche Momente nicht mehr passieren, als fürs Alter finanziell vorzusorgen? Ich weiß, dass dieser, nochmal, jetzt kommen wir zu dem Punkt Mentalität, also Mental Breakdown kommt von der Mentalität und die Mentalität ist im Endeffekt das, was wir hier so als Ego bezeichnen und das abzubauen ist meiner Meinung nach die einzige Währung, die wirklich zählt. So, ich möchte nicht an solchen Sachen dranhängen, ich möchte nicht von Dingen, die nicht lebensbedrohlich sind oder gefährlich sind, ich möchte da nicht am Boden liegen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel feststellen würde, ich liege am Boden, wenn Felina sich mit irgendjemand anders verliebt, dann würde ich sie sagen, ey süße, bitte, hör auf damit, sondern ich würde sagen, ey, was ist dein verficktes Problem, wenn die Frau eine schöne Zeit mit jemand anderem hat. Dann hat sie keine schöne Zeit mit dir und ist potenziell aus deinem Leben verschwunden, weil sie mit dem potenziell geht. Ja. Das ist ja durchaus realistische Angst. Inwiefern hast du es eine Angst? Warum sollte, also jetzt mal ganz, ganz hochgestochen, aber warum sollte ich davor Angst haben, wenn sie nicht mehr da ist? Solltest du davor Angst haben? Nein. Warum nicht? Nein, 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 warum doch? Die Frage ist ja, was macht eine Beziehung aus? Und wenn man in einer Beziehung lebt und ich sage mal, die Quote-Quote-Magie der Liebe spürt spürt und also wenn ja, sorry. Du fangst heute mal richtig, witzig, hast du ein paar Tage mit Disney? Nein, nein, nein. Das ist auch die ganze Zeit so schon voll, nein, das ist irgendwie ich versuche euch ein bisschen hier die Stirn zu bieten. Lass ihn. Ich glaube auch, du redest da sehr stark von deiner Beziehung. Witzig. Ja. Ich bin völlig neutral. Ja. 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 So, wenn eine Beziehung einen Wert im Leben eines Menschen hat, dann zu sagen, wenn diese Beziehung, die ich für werthalte, ich für mich halte und die mir viel gibt, weg wäre, wäre das für mich schlecht, ist doch sehr, sehr logisch und zu sagen, ich habe Angst davor, dass etwas wegfällt, was mir wertvoll ist, ist doch eine legitime Angst. Wollte ich nicht sagen. Wollte ich nicht sagen. Also, das bedeutet ja immer so, im Endeffekt, dann fehlt mir irgendwas. So, dann habe ich was nicht. Und ich denke, wie gesagt, dass diese Art und Weise, an das Leben heranzutreten, ein permanentes Festhalten an Dingen resultiert, die man nicht festhalten sollte. Du könntest ja jetzt gleich auch vom Laster angefahren werden bis querschnittsgelämmt. Damit würdest du ganz viele Fähigkeiten, die dir heute wichtig sind, verlieren. Wäre eine hohe Challenge, weil ich an dem Ding sehr dran hänge, aber das wäre dieselbe Art und Weise. Das wäre ein Unterschied im Grad, nicht in der Art. Das wäre dasselbe Ding. Ja, aber das ist jetzt die Frage, guckst du vorher, bevor du auf die Straße gehst, ob da der Lkw kommt und versuchst, dem auszuweichen potenziell oder sagst du, wenn er mich treffen soll, dann trifft er mich? Ersteres natürlich, aber auch, weil ich da ein Mensch bin. Das heißt, du hast Angst, und dass man ganz hinbei auch in den Bereich der realen Bedrohungen fällt, also das, wo quasi das Menschsein drin gründet, und zwar in der körperlichen Unversehrtheit und Gesundheit und Dinge wie das. Das ist nichts, was damit zu tun hat, ob meine Frau sich jemandem anderen verliebt. Das sollte mich jetzt nicht weder krank noch schwach machen. Aber jetzt gibt es zwei Sachen, die dir wichtig sind, zum Beispiel deine Beziehung und deine Gesundheit. Das sind zwei verschiedene Sachen. Also das sind zwei verschiedene, auch das spielt auch auf ganz verschiedenen Ebenen. Aber die Erhaltung beziehungsweise Steigerung und Verbesserung von beider ist ja in deinem Interesse. Und jetzt gehst du bewusst Risiken ein, weil du kämpfst, das riskiert deine Gesundheit, aber du kriegst dafür was zurück, sozusagen. Und jetzt riskierst du deine Beziehung im Sinne, dass du die öffnest, und kriegst dafür was zurück. Und du sagst, die Risiken sind es wert, dass ich, sorry, die Benefits sind es wert, dass ich die Risiken eingehe. Aber das würde ich verstehen. Aber dann sagst du eigentlich, es gibt keine Risiken, weil warum sollte ich Angst haben, dass das Risiko eintrifft? Ja, beides. Also das kommt so ein bisschen auf die Ebene an, auf der man sich bewegt. Wie tief geht das in deine Grundbedürfnisse runter? Wie tief hat das was mit dem Leben per se noch zu tun? Also auf der Ebene, von der wir jetzt hier gerade sprechen, das ist auch viel Spaß, der da stattfindet. Das ist auch viel schöne Dinge einfach, die man hat, aber die kommen im Endeffekt aus einer tieferen Ebene. Das hängt nicht an ihr. Mein persönlicher Wachstum, all diese Benefits, die ich dadurch bekomme mit der Beziehung, natürlich sind wir auf der Ebene, bist du da für mich mein zentraler Bezugspunkt und liebe ich hier auf dieser Ebene dafür, dass wir das zusammen machen dürfen. Aber wenn sie jetzt, wie gesagt, auf magische Weise am einen Tag weg wäre, würde das meine Reise nicht auffallen. Ich würde dieselben Benefits mir anderweitig holen. Weil das einfach mein Ding ist. Dieselben Benefits. Welche Benefits hat eine Beziehung? Was erwartest du von einer Beziehung, in der du bist? Warum bist du in der Beziehung? Das ist ein ziemlicher Sprung jetzt. Willst du das Thema auslassen, was wir gerade hatten? Das ist Bens Podcast. Du kannst gerne noch was anderes sagen. Du wolltest ja wissen, inwiefern das nicht wichtig ist, ob das jetzt, ob sie sich verliebt oder nicht. Da würde ich zurückkommen drauf. Also die Frage ist halt, aus meiner Sicht, oder die Frage, die mir in den Kopf springt, ist, was will ich von einer Beziehung? Und was ist die Erwartung? Wenn du gerade gesagt hast, ich hole mir das, wenn ich die Beziehung verliere, einfach woanders, dann wäre meine Gegenthese sozusagen dazu, eine Beziehung, die über Zeit gewachsen ist, kannst du die nicht morgen woanders holen? Und dementsprechend... Nein, beziehungsweise nicht, aber du kannst dir deinen eigenen, du kannst deinen eigenen inneren Prozess, so, und das ist wieder, jetzt kommen wir so ein bisschen zurück zu dem, was ich eben meinte, es ist sehr schwierig, diesen inneren Prozess am Laufen zu halten, wenn man die Gefühle anderer Menschen da so stark mit reinzieht. Du kannst deinen eigenen inneren Prozess, der bleibt für immer. Und das ist das Ding, was steht. Und daran knüpft sich alles Äußere an. Das heißt, wenn VEGA-Questis auf magische Weise morgen weg wäre, wäre da eine sehr, sehr große Lücke, ein sehr, sehr großes Vakuum in meinem Leben. Und was passiert mit Vakuums in der Regel? Die werden gefüllt. Und das würde sich massomenos automatisch wieder füllen. Die Reise wäre dann nicht vorbei für mich. Das wäre was anderes, aber die Reise wäre nicht vorbei. Ich verliere sie, aber ich verliere mich nicht. Und das ist das Wichtige. Auf der Ebene. Auf der anderen Ebene, wie wenn du verloren wirst, wäre mein Herz gebrochen. Aber das ist eine andere Ebene. Mein Herz wäre nicht wirklich gebrochen. Wenn du auf dein Leben zurückguckst und sagst, ey, ich habe 30 Beziehungen geführt und jede war ein Jahr lang und danach ist es irgendwie zerbrochen. Wäre es besser, zurückzugucken und zu sagen, potenziell wäre es besser gewesen, dass jede der Beziehungen, es sind nur drei Beziehungen, waren A zehn Jahre oder wären 30 A ein Jahr besser? Weder noch. Würde ich jetzt nicht werten. Also es steht wie Zeit in dem Kontext. Eine extreme relative. Würde ich jetzt nicht werten. Ich glaube eher, dass diese Art der offenen Beziehungen, es sind ja jetzt erst anderthalb Jahre oder vielleicht auch ein bisschen mehr, maybe sind es fast zwei, aber in der Zeit ist so viel passiert und diese anderthalb Jahre wiegen viel schwerer für mich als die vier, fast dreijährige Beziehungen, die ich da vorgeführt habe, die sich einfach aufgrund diverser Umstände nie auf dieses tiefe Niveau begeben hat. Also ich glaube schon, dass man auch in einer, oder wenn ich jetzt nochmal in eine beschlossene Beziehung gehen würde, würde ich die auch sehr anders führen, als ich das bislang getan habe und würde hoffentlich da auch ein tieferes Niveau erreichen, aber das ist natürlich ein sehr direkter Weg dahin. Also du bist halt immer wieder, das ist auch das, was ich den Leuten sage, wenn ich davon erzähle und die mal sagen, das könnte ich nicht, das könnte ich nicht, das ist nicht die Frage. Also die Frage ist eher, ob du das überhaupt möchtest, also ob das überhaupt in deinem Interesse ist, so tief da reinzugehen in diese Themen, weil das ist natürlich, das kostet super viel Kraft, das kostet Zeit, Energie und auch erfordert eine hohe Bereitschaft, dass du dich damit auseinandersetzt. Aber dann kannst du da viel draus holen. Und klar, wenn das jetzt wegfallen würde, dann um weiter in dieser Pace diese Entwicklung voranzutreiben, wenn man das möchte, dafür ist das ein sehr, sehr wirkungsvolles, ein sehr wirkungsvoller Hammer. Also ein sehr großer Hammer, ja. Das heißt, das Öffnen einer Beziehung ist primär, könnte man sagen, ein Tool zur Persönlichkeitsentwicklung, nicht unbedingt zur Spaßmaximierung. Ja, also das kommt natürlich stark auf die Grundkonstitution an, je nachdem, wie weit deine Persönlichkeit schon an dem Ding ist, was da ansteht. Also ich habe zum Beispiel auch im Laufe meiner Zeit sehr, sehr viele Leute kennengelernt, die offene Beziehung führen, für die das wirklich das Normalste der Welt war, wo das quasi, wie atmen wir und alles andere überhaupt nicht zur Debatte stand. Sowas war bei uns überhaupt nicht so. Wir haben uns da an einem gewissen Punkt dafür entschieden und gesagt, boah, ey, wie krass wäre das, wenn wir das schaffen, so wie heftig wäre das, wenn wir mit dem, was wir bisher haben, noch das alles dazu bekommen würden. Dann ist das, wie gesagt, ein ziemlich krasses Tool zur Persönlichkeitsentwicklung. Wenn du schon da bist und sagst, ey, it's all one and, you know, love is free, dann ist das für dich natürlich kein besonders krasses Persönlichkeitsentwicklungstool, das dementsprechend auch zu leben. Aber wenn du dich dahin entwickeln musst, müsstest, um das zu schaffen, dann ist das, wie gesagt, ein krasses Tool. Das geht richtig ans Eingemachte. Und macht dann natürlich auch großen Spaß, aber der Preis ist hoch. Ist jede offene Beziehung, oder glaubt ihr, dass jede offene Beziehung den Teilnehmern dieser Beziehung persönliche Entwicklung gibt, mehr als es eine monogame Beziehung tun würde? Also wie gesagt, auch dieses ganze Beziehung, das ist wieder so eine konstruktionelle Frage. Du kaufst nicht Mikro A oder Mikro B und Mikro B ist besser als Mikro A. Das kommt immer sehr, sehr stark darauf an, was du damit machst. Das ist ein Prozessgut, wenn du es so willst. Das heißt, wie lebst du das, wenn du jetzt sagst, wir haben eine offene Beziehung und im Endeffekt ganz ehrlich, ihr vögelt nur rum und fügelt auch andere Leute, herzlichen Glückwunsch. Wir nennen das von mir eine offene Beziehung, aber das ist nicht das, wovon wir hier gerade sprechen. Das Gleiche gilt für eine monogame Beziehung, wenn du eine monogame Beziehung hast und wirklich nach der Herzens-E-Mail quasi nochmal fragst du, warum sind für dich diese Dinge ein Problem? Warum? Was ist mit dir los? Was ist mit dir passiert? Und die Sachen irgendwie anders auslöschst und anders den Sachen folgst. Du kannst mit allem wirklich in die Tiefe gehen. Jedes Ding kann ein Tool sein dafür. Du kannst dich mit diesem Handy den ganzen Tag beschäftigen. Es ist wirklich so, in der Meditation, im Yoga-Sucha, die nehmen sich einfach irgendwelche Objekte und gucken die acht Stunden am Tag an und dadurch lernst du zu meditieren. Das ist scheißegal, womit du das machst. Du kannst es auch mit anderen Sachen. Du kannst es auch in der monogame Beziehung machen. Also dieser Wille, da reinzugehen und in dich reinzugehen. Deswegen sage ich, die persönliche Entwicklung ist das Einzige, was da wirklich passiert. Das andere passiert eh nicht. Das ist eh eingebildet. Aber die persönliche Entwicklung, die passiert de facto. Und wenn du das willst, dann ist in unserem Fall die offene Beziehung dafür ein sehr, sehr starkes und sehr, sehr passendes Mittel. Aber das muss jetzt nicht für jeden sein. Wie wahrscheinlich ist es, glaubt ihr, dass ihr in einem Jahr A noch zusammen seid und B, dass ihr noch offen seid? Beides sehr wahrscheinlich. Ja. Gibt es eine Dimension, in der eure Beziehung nicht mehr offen ist? Eine Dimension? Die fünfte Dimension? Gibt es eine Möglichkeit oder seht ihr irgendeine Zukunft, in der ihr eine geschlossene Beziehung führt? Also der einzige Punkt, wo es für mich irgendwie schwierig wird, mir das vorzustellen, aber das ist generell auch was, was ich mir schwierig vorstelle, wenn es irgendwann jetzt um das Thema Familie oder Kinder oder sonst was gehen würde. da kann ich mir das aktuell schwer vorstellen, wenn ich jetzt irgendwie körperlich eingeschränkt bin, keine Ahnung, hochschwanger oder die ganze Zeit ein Kind habe, das ich stille oder was auch immer, dass ich dann noch dieses, also dass ich zusätzlich zu diesem krass neuen Thema, dass wahrscheinlich wahnsinnig viel Zeit und Aufmerksamkeit einfordern wird, dass das noch dazu die ganze Zeit weiterläuft. Also entweder müsste ich zu dem Punkt oder an dem Punkt schon sehr mit dem Thema so durch sein, dass ich sage, ganz ehrlich, ich habe hier meine volle Erfüllung sozusagen gefunden, aber das ist generell noch ein ganz anderes Thema. Also damit habe ich mich auch noch nicht so befasst. War am Anfang mal oder war auch zwischendurch mal ein Thema oder immer was, wo auch wieder so Ängste oder Sorgen hochgekommen sind. Okay, was, wenn jetzt in mir der Wunsch aufkommt, ich möchte gerne ein Kind oder I don't know, dann weiß ich nicht. Also dann kann ich beim besten Willen noch nicht sagen, wie das sich auswirken wird auf die Gesamtdynamik. Aber ja. Siehst du eine Möglichkeit oder glaubst du, dass eure Beziehung jemals irgendwann geschlossen sein könnte? Also auch ich würde sagen, dass das stark, wie gesagt, an solchen Grundvoraussetzungen hängt. Also das ist eine Ausformulierung unserer Grunddynamiken. Das passt einfach zu uns, wie wir gerade mit Fleisch und Blut sind, wie wir gerade leben, wie gerade unsere Hormone laufen, wie gerade die Dinge nun mal sind. Und zum Beispiel, ein Kind könnte daran sehr, sehr viel ändern. Also das heißt, andere Dinge auch, wie zum Beispiel einen Meteoriteneinschlag. Oder irgendeiner zieht ins Ausland oder whatever. Also wir könnten ja... Das hatte ich jetzt... Ja. Eher der Meteorit, als jemand das... Und wenn wir jetzt das Ausland ziehen, würdest du das wieder anschließen? Nee, um Gottes Willen. Aber das würde... Zusammen sein, okay. Also es gibt natürlich grundlegende Veränderungen, die auch grundlegende Dinge verändern können, wie das, wovon ich gerade spreche. Aber ich hätte jetzt nichts am Start, wo ich sage, ey, I see that coming. Das ist gerade am Passieren. Also ich denke nicht, dass jetzt innerhalb eines Jahres sich die Grundvoraussetzungen so drastisch verändern werden, dass sich auch an der Beziehungskonstitution mal sich verändern wird. Nee. Also klar, ich kann jetzt nicht den Rest meines Lebens vorher sagen oder sehen will ich auch gar nicht. Und dementsprechend... Klar, wenn sich da jetzt irgendwas so gravierend ändern würde, dann sehr wahrscheinlich wird sich auch die Art der Beziehung oder die Beziehung an sich ändern, ja. Wenn morgen ein Gesetz verabschiedet werden würde, das sagt, offene Beziehungen sind verboten. Was? Also ist es dann eher, also seht ihr dann eine Möglichkeit, zusammenzubleiben monogam? Oder sagt ihr, ey, dann müssen wir irgendwas anderes machen? Wenn das keine Option ist, dann safe. Also ich meine, dann warum nicht? Also wenn du jetzt sagst, okay, wir sind, unsere Beziehung besteht aus so vielen Teilen und alle Teile, die in der offenen Beziehung haben, brechen weg, weil, das weil will ich erst mal sehen, aber die Teile brechen weg, dann bleiben die anderen Teile natürlich bestehen. Das würde jetzt in diesem sehr abstrakten Beispiel natürlich bedeuten, dass generell das Leben auf der Welt ein drastisch anderes wäre und die Sachen sich grundsätzlich verändern, aber dann go with the flow, was jetzt zu machen. Ja, dann klar. Ja, warum glaubt ihr für einen anderen... Ich kann abgesehen, ob es nicht ein Scherz auf dieses Gesetz geben würde, aber das ist mal ein anderes Thema. Ja, ein Gedankenexperiment. Warum, ich habe jetzt ein bisschen erfahren, warum ihr das macht. Glaubt ihr, dass eure offene Beziehung symbolisch ist für auch andere oder glaubt ihr, dass ihr da sehr speziell seid? Sowohl als auch vielleicht. also ich, boah, aber das ist alles. Ich kenne nicht so viele andere Leute, die offene Beziehungen führen und ich weiß auch nicht, wenn, warum da kann ich jetzt auch wenig zu sagen. Also ich glaube eher, dass mit dem Punkt, also wir vor allem mit dem Punkt, mit dem wir starten, vor allem auf uns de facto bezogen, so wie wir halt nochmal sind und wie wir da reingekommen sind, wie wir da rangekommen sind. Auf das bezogen glaube ich, dass es da wirklich nur sehr, sehr wenige Menschen gibt, denen das rein theoretisch entsprechen würde und die das aber auch dementsprechend tun. So das glaube ich, gibt es sehr, sehr wenig und dementsprechend glaube ich, das, was wir gemacht haben, könnte etwas sein, das für viele Menschen relevant sein könnte. Also wenn es irgendwann mal die Leute, die XY, der seit 32 Jahren, das nicht macht, obwohl er das machen möchte und immer sagt so, boah, ich mache das jetzt und dann wieder in die Phase kommen, von der wir eben gesprochen haben im Winter, wo der erste Dämpfer kommt und sagt, boah, das ist echt schwer, so dann könnte das irgendwann mal was werden, was für ihn relevant ist. Ich glaube aber nicht, dass das einfach schon so groß ist oder so viel praktiziert wird, dass das auch dementsprechend eine Symbolkraft hat in der Welt. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist tatsächlich noch ein ziemliches Nischeprodukt, was wir hier machen. Ich finde, es ist ein wesentlich größeres Nischenprodukt, als es noch vor zehn Jahren war. Ja, kann gut sein. Also dafür, dass das dann so verhältnismäßig groß ist, ist mir das sehr wenig begegnet. Ja, was dir halt wenig begegnet. Also natürlich gibt es viele Menschen, die offenen Beziehungen, ich habe auch schon viele Menschen kennengelernt, die sagen, wir haben eine offene Beziehung. Ich muss natürlich sagen, ich finde diesen Begriff generell sehr, sehr schwierig, weil das eben wieder ein Begriff für irgendwas ist, was nicht in Begriffe zu fassen ist. Also, worum es ja bei uns stark geht, ist sich gegen einen gewissen Teil von sich zu entscheiden und sagen, okay, ich möchte aber da haben, ich möchte diesen Teil weg haben, ich möchte mich selber davon befreien und möchte an den Punkt kommen, wo ich so frei bin, dass ich XYZ kann, so inklusive der offenen Beziehung und vielen anderen Dingen, die da mitschwingen. ich möchte irgendwas erreichen und ich glaube, dass das nur sehr wenige machen. Dass nur sehr wenige Menschen sagen, boah, das sieht zwar echt nice aus und ich hätte da mega Bock drauf, aber habe Angst davor, scheiß, doch ich mache es trotzdem. Das machen, glaube ich, sehr, sehr wenige. Das heißt, dein Ziel ist eigentlich, dich von deinem Ego und von Eifersucht und niederen Gefühlen zu befreien? Ja, safe. Safe. Das primäre Ziel. Das primäre Ziel in meinem Leben, ja. Definitiv. Also ich will auf jeden Fall, ich werde es nicht mehr schaffen, aber ich möchte so weit in Richtung Erleuchtung, wie es geht. Und ich weiß auch, dass ich dafür jetzt wieder die ganzen Joscho-Witze kriege, aber das ist absolut cool, weil ich stehe da, im Endeffekt ist es tatsächlich so. Im Endeffekt möchte ich da tatsächlich hin. Ich möchte tatsächlich dahin, wo ich sage, hey, it's all one und I know it. Und ich merke auf jeden Fall auch stark jetzt in dem Kontext da einen Fortschritt. Das ist wirklich krass, weil du kannst nicht mehr, du kommst ja nicht mehr hinterher, du kannst nicht mehr alles zusammenhalten und sagen, das, 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 das kommt alles hier noch rein. Du musst es loslassen. Das ist so viel, du kriegst es nicht auf die Kette. Und dementsprechend ist das wie gesagt ein sehr, sehr starker Hammer, wenn man so will, für Egos, die dazu neigen, irgendwelche Sachen in ihre Welt reinboxen zu wollen. Das klappt nicht. Und dafür ist das geil. Wie siehst du das? Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt auch so, ob ich das jetzt so plakativ in den Raum stellen würde, dass ich auf der Suche nach Erleuchtung bin. Aber ich finde das eine interessante Erfahrung oder ich habe oft festgestellt, okay, wenn das alles hier Platz haben soll, dann muss ich, dann muss ich mich so sehr öffnen. Ich weiß nicht, ob ich jemals davor so offen war und dann kann das auch alles irgendwie passieren und kann durch mich durchfließen oder durch uns und hält mich nicht auf. Also das schon, ja, ich verstehe, was du sagen willst. Ich würde es mit anderen Worten dann vielleicht umschreiben, aber ähnlich. Und dieser Weg zur Erleuchtung oder nicht zur Erleuchtung, sondern zum persönlichen Wachstum wollt ihr dokumentieren und auch für andere zugänglich machen über einen eigenen Podcast. Gibt es schon Namen? Open up. Ist das ein Imperativ? Für mich natürlich ein Appell, wie immer. Nee, für mich nicht. Ein Vorschlag vielleicht. Ja, oder es ist der Titel von dem Ding, weil im Endeffekt so, ich finde es zum Beispiel auch sehr, sehr schön, zum Beispiel, dass wir bisher noch gar nicht über diesen sexuellen Teil oder diesen hedonistischen Teil, der da natürlich ein bisschen drin liegt, gesprochen haben, weil das ein ganz universeller Weg ist. Das hat wirklich sehr wenig in der Relation mit dem Teil zu tun, woran man denkt, wenn man eine offene Beziehung hat. Das hat viel mehr damit zu tun, wie gesagt, seine eigenen Barrieren, seine inneren Blockaden zu lösen und die Menschen und dann natürlich im schwersten Beispiel den Menschen, den man liebt, machen zu lassen, was er möchte oder was für ihn gut ist und was richtig ist in dem Sinne. Und das ist für mich Offenheit, das ist für mich Öffnung. Also deswegen sage ich Open Up, wenn du irgendwie wissen willst, wie wir uns öffnen, dann steht das in dem Buch Open Up und dementsprechend, ob du das jetzt aufsteckst oder nicht, ist mir eigentlich ziemlich schnuppe, aber das könnte da drin stehen. Ich grinse schelmisch aus Gründen. Wenn du sagst, dein Ziel der offenen Beziehung ist, dass du selbst deine eigenen niederen Gefühle abbaust, dann ist ja eigentlich, die kommen ja dadurch wo ich primär, dass Felina was mit anderen hat. Nicht dadurch, dass du was mit anderen hast. Nein, die sind schon da und die werden dadurch getwiggert, dass Felina was mit anderen hat. Ja, genau. Und wenn Felina jetzt sagen würde, pass auf, ich will gar nichts mehr mit anderen haben, aber du kannst machen, was du willst, die ist sozusagen einseitig offen, die Beziehung, würdest du dein Beziehungstarget wäre auf jeden Fall den Podcast nicht wert. Aber wir, also, es gibt ja die sexuelle Komponente. Ja. so, und die ist irgendwie spannend, aber wir haben jetzt hier zwei Stunden fast gesprochen über die Persönlichkeitsentwicklungskomponente und die würde ja sofort wegbrechen oder nicht. Safe, meinst du. In dem Moment, wo Felina sagt, du, mach was du willst, wir sind weiter in Beziehung, aber ich möchte nicht mit anderen schlafen. Also, wenn das so wäre, könnte Felina halt einen eigenen Podcast haben und jetzt kann ich das schaffe. Aber ja, dann wäre für mich, wie gesagt, deswegen sage ich, dann wäre der Podcast für mich nicht mehr relevant, weil dann hätte ich eigentlich nichts zu erzählen. Ich bin jetzt tatsächlich gar nicht mehr beim Podcast, sondern ich bin noch bei deiner persönlichen Beziehung. Das heißt, du könntest auch, wenn Felina nicht mehr was mit anderen hätte, wäre deine persönliche Entwicklung im weitesten Sinne aufgehalten, sodass du fast überlegen müsstest, möchte ich noch in einer Beziehung sein mit jemandem, der nicht mit anderen schläft? Ja, also natürlich nein. Das wäre absolut okay für mich, wenn du das gerne machst. Aber es wäre, zum Beispiel wäre es nicht okay für mich, zu sehen, dass sie jetzt aus irgendwelchen Gründen, XYZ, was auch immer, das aufhören würde. Das wäre für mich überhaupt nicht okay. Ich könnte niemals daneben stehen, während sie jetzt auf einmal sagt, ich bin raus aus der Öffentlichkeit. Mach du dein Ding. Ich mache nicht, weil ich möchte nicht mehr. Ich habe Angst. Ich habe irgendwie keine Lust mehr, mich dem zu öffnen. Das würde ich, also wenn ich sensen würde, was wäre, was aktuell der Fall wäre, dass das irgendwas wäre, was auf Angst basiert. Das könnte ich zum Beispiel nicht. Wenn sie jetzt sagen, okay, ich habe meine Dinge alle abgebaut und ganz ehrlich, eigentlich keinen Bock auf diese ganzen anderen Männer oder Frauen, dann wäre das okay. Das wäre absolut okay. Aber natürlich deutlich weniger Spannung für mich. Weil da einfach weniger Spannung auf wurde. Ich könnte einfach chillen und machen, was passiert. Dann wäre ich auch wieder, natürlich müsste ich mich auch wieder anderen Menschen öffnen und auch da sind wieder Sachen, die passieren. Aber klar, das ist der ganz, ganz große Faktor. Und wenn der wegfallen würde, hätte ich nichts zu erzählen, was in dem Podcast wert wäre. Und im Podcast wollt ihr dann über euer Leben regelmäßig sprechen, über was war eigentlich am letzten Wochenende, was hattest du mit wem, was hat das mit mir gemacht? Ja, zum Beispiel. Also das haben wir uns zumindest oft gedacht währenddessen, dadurch, dass wir ja eh die ganze Zeit reden und sprechen und irgendwelche Sachen hochholen und bearbeiten, warum nicht eventuell da andere daran teilhaben lassen. So, es fragen halt eh auch immer so viele Leute nach. Das heißt, ihr werdet in die Folgen reingehen mit wir sollten mal sprechen und in der Folge sprecht ihr quasi das erste Mal und ihr wisst auch noch. Das ist natürlich sehr perspektivisch. Fände ich, also ich finde auf jeden Fall den Gedanken an allererster Stelle wichtig, warum man das macht. Also warum machen wir das oder warum will ich das machen? Und das ist definitiv nicht, weil ich irgendwelchen anderen Leuten was mitgeben möchte oder das Gefühl habe, der Menschheit einen großen Dienst damit zu erweisen und mich dafür auszuopfern. Im Gegenteil. Ich sehe einfach die Möglichkeit, dass wir beide so sprechen müssen und das dann, wie gesagt, zum ersten Mal. Vielleicht haben wir das Thema schon mal angekratzt, aber wir müssen so sprechen, dass das für andere verständlich ist. Wir müssen so klar und ehrlich kommunizieren in diesem Podcast über Dinge, die so tiefliegend sind, dass da noch eine ganz, ganz neue Komponente der Kommunikation entstehen wird. Und das ist auf jeden Fall für mich Nummer eins der Reason, das überhaupt zu machen. Also ich möchte diese Erfahrung machen, auf diese Art und Weise über solche Themen kommunizieren zu müssen, weil ich glaube, das macht einfach extrem viel mit der Verbindung zwischen dem Inneren und dem, was man darüber so denkt. Also das Ding, das man auf so eine Art und Weise abgleichen muss. Also das ist Nummer uno. Ab wann geht's los? Nächste Woche. Und die Folge, also je nachdem natürlich auch hier, aber nächste Woche. Okay. Fantastisch. Gibt's sonst noch was, was ihr auf dem Herzen habt und jetzt hier noch loswerden wollt? Nö. das wird wahrscheinlich alles noch kommen. Also es ist bestimmt noch viel da zu sagen, aber sonst, wie gesagt, wäre der Podcast auch hinfällig. Sag doch mal kurz, was die Zusammenfassung der ersten 35 Podcast-Folgen noch produziert. Nö, aber alles gesagt. Nö, aber ich freue mich sehr, dass sie sich vielleicht stattgefunden hat. Das war gut. Spannend. Ich bin ultra gespannt, wie es mit euch und eurem Podcast weitergeht. Und vor allem die Perspektive sozusagen das Real-Life zu sehen und da den Podcast davon zu hören und dann Potenzial zu sagen, really, ist ein interessanter Punkt. Tatsächlich haben wir ja gestern, natürlich, wir waren ja gestern auch noch an einem ganz anderen Punkt unserer Wahrnehmung. Wir haben gestern, du hast das ja gestern auch live gesehen, wie es halt auch dann in Anführungsstrichen hinter den Kulissen aussieht. Und wie gesagt, das sind so verschiedene, diverse Komponenten. Das kann man natürlich nicht in einem Podcast nachlesen. Der Podcast ist dann schon die Interpretation dessen. Das ist dann schon die Fortführung dessen. Du kannst natürlich nicht jetzt, wenn irgendwer, wie gesagt, gerade eine Menge für Bento hast, dann mit dem Mikro kommen und sagen, hier, sag mal was dazu. Wie fühlst du dich gerade und sag mal was dazu? Das wird nicht passieren. So einen Anspruch habe ich natürlich nicht daran. Aber dadurch entsteht natürlich, wie gesagt, eine ganz, ganz andere Ebene. Und ich bin ein großer Fan davon, das Leben zu erweitern und neue Ebenen damit reinzusetzen. Und diese Ebene, die handelt bisher noch nicht. Bisher ist das alles so gefühlt, und so klar alles schon zwischen uns. Dass, glaube ich, viel in der Außenwelt verloren geht. Das, was viele einfach nicht checken, was viele einfach dementsprechend auch bei uns nicht einbringen an Punkten. Und ich glaube, dass die Welt dadurch immer viel, viel größer wird, wenn Leute verstehen, worum es dabei wirklich geht. Klingt spannend. Und us, sehr spannend. Us, ja bless. Herzlichen Dank euch zwei und bis zum nächsten Mal. Gerne, gerne. So, fertig. Riesenehre, dass du dabei warst. Herzlichen Dank. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein paar Sterne da, ein Like, subscribe und follow. Es gibt ungeskriptet auf YouTube, Spotify, natürlich gibt es auch meinen persönlichen Instagram-Account. Folg mir gerne. Lass in den Kommentaren deine Meinung da. Was geht besser und wen sollte ich mir das nächste Mal zur Brust nehmen? Herzlichen Dank und alles Gute bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.